Herzlich Willkommen beim Eintracht Frankfurt Podcast Ausgabe 312. Mein Name ist René Außerdem, mit dabei der Herr Marvin und der Herr Basti. Gude und Grüße. Frau Alex und Herr Dennis lassen sich entschuldigen, die sind betriebsbedingt abwesend, aber wir haben ein paar wichtige Dinge, über die wir sprechen müssen und ganz voran, was ist mit der Frisur von Marco Russ passiert? Ich glaube, die Frisur soll von anderen Schwierigkeiten ablenken. Könnte auch sein, ich fand das noch irgendwie so ein bisschen irritierend. Trainingsauftakt, das erste, was ich auf Twitter gesehen habe, ist von wegen Marco Russ jetzt mit Frisur Mexiko-Style, dachte ich mir so, okay, wenn ihr sonst keine Probleme habt, dann ist ja alles gut. Vielleicht war es auch so. Ich glaube, jetzt modern lieber René, das habe ich nur zum ersten Mal gesehen, die Frisur, die geht rum. Ja, ja, hier Salcedo. Ich glaube, Justin Bieber hat damit angefangen, oder? Ich weiß es nicht genau. Ja, beruhigend fand ich dann wieder, dass das Kollegen vom HR waren, da habe ich mir gedacht, ja, dann ist das hier natürlich fachlich hoher Journalismus, dann ist alles gut. Was willst du denn? Er steigt gleich drauf ein, großartig, großartig. Ja, wir müssen vor allen Dingen mal über Transfers reden und Trainingsbeginn und Staff und Vereinen, das heißt, wir haben so ein bisschen Liste und vielleicht können wir auch nochmal über DWM reden und uns festlegen, ob jetzt England oder Belgien am Ende gewinnt, aber dazu vielleicht später mehr. Kroatien, hallo. Ja, das könnte auch noch so ein Thema sein. Da streiten wir uns nachher drüber. Jetzt streiten wir uns vielleicht erstmal über das Thema Transfers. Da hat sich ja so ein bisschen was getan und zwar wird die Liste der Abgänge irgendwie gefühlt von Woche zu Woche oder von Tag zu Tag, je nachdem, ein bisschen länger. Wir verzeichnen jetzt aktuell an Spielerabgängen Meier, Radecki zu Leverkusen, das war ja schon irgendwie klar, Wolf zu Dortmund, Mascarell jetzt über Realität. zu Schalke, Boateng noch nicht fix, aber zu eigentlich, ja, schon 100% klar, nur noch nicht formally announced nach Italien und dann ist noch die Frage, was ist mit Rebic? Genau, das ist so, dass wir momentan auf der Platte haben, ne? Ist schön. Wie war heute die Aussage zum Training von den 22 Spielern, die auf dem Feld standen, waren gerade mal vier da, die in der Startelf des Pokalfinals gestanden oder in der Mannschaft des Pokalfinals waren. Der Rest ist entweder bei der WM, was nicht mehr so viele sind, oder weg. Ja, genau. Also ich meine, natürlich ist es so eine Sache, wenn wir uns die, ja, Elf jetzt vom DFB-Pokalfinal angucken, ganz klar, dass dann einige fehlen beziehungsweise noch gehen werden. Was man aber sagen muss, was immerhin bleibt, gut, Radetzky war ja frühzeitig klar, aber die ganze Abwehrreihe um Salcedo, Abraham, Da Costa und Willems, also die bleiben ja, das ist ja, und Hasebe bleibt auch, Dirk Gußmann, okay, ob wir den jetzt immer so als Stammspieler bezeichnen, der ja aber auch trotzdem bei Pokal gespielt hat, der bleibt auch. Ja, die Frage ist halt, wie wir uns defensiv, beziehungsweise offensiv einstellen werden in der nächsten Saison, weil da ist mit Boateng, Wolf und Mascarell jetzt im Zentralmittelfeld einiges weg. Rebic müssen wir halt jetzt echt sehen, ne? Also ich meine, Boateng kam für mich, muss ich sagen, fast ein bisschen überraschend, wenn wir jetzt erstmal bei der Personalie bleiben wollen. Ich würde gerade sagen, am besten brüßen wir das nach Personalien auf. Also ich finde auch... Genau, Boateng kam für uns, glaube ich, alle durchaus überraschend, wenn man sich so die Aussagen von Bruno Hübner in dem, war das jetzt Interview, eigentlich war es ja irgendwie so ein Gesprächsbericht, der da gestern im Kicker zu lesen war auf der Online-Seite, dann war das, glaube ich, für die Verantwortlichen jetzt nicht so überraschend. Also zumindest meine ich das da rausgelesen zu haben, dass man das von vornherein ja irgendwie festgemacht hat und zu erwarten war, ich meine, er hatte ja auch von Anfang an gesagt, dass die Familie da unten ist und dass er sich das vorstellen könnte und so weiter. Oder dass das natürlich jetzt dann doch nach einem Jahr direkt ist. Ja, wobei man sagen muss, das hattest du, glaube ich, auch getwittert, Marvin, er verlässt natürlich jetzt Deutschland mit einem Erfolg und nicht wieder so als der geschlagene Spieler da. Das ist natürlich dann auch nochmal eine ganz andere Nummer. Basti, was wolltest du denn sagen? Wir haben dich jetzt so gekattet. Ich wollte also zu Boateng, also für mich kamen sie überhaupt nicht überraschend, diese Gerüchte kamen schon ziemlich, ich habe, glaube ich, vor zwei Monaten sogar schon irgendwas, oder nicht zwei Monate, vielleicht anderthalb. Weil da gab es schon die ersten Gerüchte, dass er natürlich, und das hat er ja, glaube ich, auch von Anfang an gesagt, also er ist ja auch deswegen zu uns gekommen. Er ist ja aus denselben Gründen zu uns gekommen. Er kommt ja quasi seiner Familie jetzt irgendwie immer näher, sage ich mal. Und wir haben ihn ja auch genau durch dieselben Modalitäten gekriegt. Also für mich kam es in dem Sinne überraschend, dass ich eigentlich, die eigentliche Überraschung für mich war dann diese Kommunikation, die jetzt vor zwei, drei Wochen war, wo es hieß, ja, der hat mit Hütter geredet, er genießt weiter seine, seine Ausnahmeregelungen, dass er ab und zu mal irgendwie durchschnaufen kann und er hätte irgendwie gesagt, dass er bleibt. Das ging ja durch die Presse. Also das war ja dann so irgendwie kommuniziert und deswegen hat sie mich jetzt dann doch ein bisschen überrascht. Aber ich, ich finde es schade, ich finde es aber nicht so krass schade wie die meisten. Also ich sehe das eher, vielleicht bin ich auch noch trotzdem noch zu Pokalstoned, aber ich sehe das nicht so dramatisch, weil ich dann denke, also ich bewerte es mal so, ich kann ihn verstehen, ich bin überhaupt nicht sauer. Es ist nicht so, dass es so eine Kovac-Nummer ist, wo man denkt, ey, du Wichser, was verlässt du uns? Ich kann die Verantwortlichen von Eintracht sogar in dem, in dem Fall, weil wir kommen später noch zu anderen, in dem Fall kann ich die Verantwortlichen auch verstehen, dass die sich an ihr Wort halten, weil sie ihn ja auch durch eine ähnliche Konstellation gekriegt haben. Er geht hier mit einem Erfolg, er war ein Jahr da, das ist eher so wie, ey, cool, Digga, dass du da warst, vielen, vielen Dank. Er wird für mich trotzdem auch eine Legende bleiben. Und ja, so wie die Ausrichtung durch so einen Wechsel ist, können wir vielleicht später nochmal drauf eingehen, weil ich sehe das gar nicht so dramatisch. Ich sehe es eher so, dass das was ist, was wir eh hätten irgendwann machen müssen. Und jetzt müssen wir es halt direkt machen. Und dann, wenn ein neuer Trainer kommt, können es vielleicht ganz... Ich glaube, Marvin wollte dazu noch was sagen. Ja, naja, ich sehe es im Grunde ganz genauso. Die Sache ist, ich hatte von den Gerüchten eigentlich zunächst nichts gehört, hat mich glaube ich fast eher dahingehend irritieren lassen, dass zwischenzeitlich ja mal gemeldet wurde, ja, irgendwie Boateng bleibt oder irgend sowas. Das ist ja durch die Medienlandschaft kursiert, offensichtlich aber Falschmeldung, nicht nur durch den jetzigen vollführten Wechsel oder bald vollführenden Wechsel, sondern auch da, wenn ich jetzt Hütter höre, dass er nie mit Boateng gesprochen hat. Und das hatten wir vor ein paar Wochen, da hat er die Runde gemacht, dass die beiden anscheinend doch miteinander telefoniert hätten. Und er hätte das klargestellt. Also da sehen wir auch, dass es da einige Ungereimtheiten gibt. Die Freunde wahrscheinlich von der Presse mit den vier großen Lettern sich, ja, wahrscheinlich selbst was aus der Nase gezogen haben. Na gut, wie es halt auch ist, ein bisschen ärgerlich. Ich finde die Situation, dass er uns verlässt, aber jetzt gar nicht so dramatisch, denn der Basti hat es ja eben schon gemeint, das ist mir dann auch gleich irgendwie ins Gesicht gesprungen, sag ich mal. Wir werden in dieser Saison mit einer ganz anderen Ausrichtung arbeiten müssen als in der vergangenen. Und Boateng ist für mich trotzdem eigentlich so, ist ja logischerweise ein Liedertyp, jemand, den ich total geil finde. Der hätte vielleicht uns irgendwie ein Stück weit helfen können, aber um einen anderen Spirit wieder reinzubekommen, andere Akzente zu setzen, ist es jetzt vielleicht gar nicht verkehrt. Und ich sehe das halt aus seiner ganz egoistischen Art und Weise, oder nicht egoistischen, aber aus seiner persönlichen Sicht, würde ich sagen, ich hätte das wahrscheinlich genauso gemacht. Weil was kannst du jetzt Größeres Direktes erreichen, als dass du mit einer Mittelklasse-Mannschaft das Unfassbare geschafft hast, einen Pokal geholt hast und auch wirklich diesen Spirit dazu gegeben hast. Es ist ja nicht so, als wäre er jetzt ein Maskottchen gewesen, sondern er hat das so maßgeblich beeinflusst. Er hat so einen positiven Eindruck hinterlassen, dass eine richtig geile Nummer, glaube ich, auch für ihn und auch persönlich mit Erfolg aus Deutschland, aus Frankfurt und aus Deutschland weggegangen, ich finde, persönlich alles richtig gemacht. Finde ich auch. Ich glaube, dass er auch selber ein bisschen gemerkt hat, okay, das war trotzdem das Peak, was ich noch drin hatte. Weil er trotzdem, auch in der Rückrunde so ein bisschen, hast du es trotzdem gemerkt, dass er an gewissen Stellen gepumpt hat auch. Also es ist so, dass ich glaube, dass es so, bei so einem Provinzverein in Italien, will ich jetzt mal sagen, ja, die werden nicht so viel trainieren, das hört sich jetzt blöd an, aber die werden, ich glaube, da hast du als Fußballer vielleicht trotzdem ein bisschen entspannteres Leben. Weil sie sind eher so Fee-Style? Nein, ja, wahrscheinlich, weil aber auch der Fußball so ein bisschen so ist, dass man sagen kann, die regeln viel mit Taktik. Also es ist trotzdem so, dass du vielleicht, dass er da eine größere Rolle spielen kann als bei uns, nur noch gerade mit der Doppelbelastung. Aber wir dürfen natürlich auch, ich will auch gar nicht zu sehr so klingen, als wenn ich froh bin, dass er weg ist. Weil ich glaube, er hätte uns gerade in den englischen Wochen und in den Europapokalspielen, hätte er uns von seiner Persönlichkeit auch gut geholfen, als Repräsentant auch. Also du spielst europäisch, du hast Boateng in der Mannschaft. Er kann vielleicht die Mannschaft mit an die Hand nehmen. Er kann, was wir gesehen haben, was ich bei ihm krass schade finde, um jetzt mal bei den Punkten zu bleiben, ist, dass du nicht mehr diese Synergieeffekte vielleicht hast, zu sagen, okay, Bruder, dass er mit Brebetschen Bruder hat, mit Wolf hat er einen Bruder. Also, dass du so das Gefühl hast, er zieht auch andere mit hoch. Du hast jetzt halt nicht mehr, dass du denkst, okay, jetzt kommt irgendwie, keine Ahnung, ein junger Kerl und er kann sich an ihm aufrichten. Das fehlt mir schon ein bisschen. Also, wenn ich jetzt dran denke, dass irgendwie Toro verpflichtet wurde, da hätte ich mir schon vorstellen können, dass er trotzdem jemand ist, der ihn, ja, auch so ein bisschen an die Hand nehmen kann. Und da fehlt es mir jetzt so ein bisschen. Klar haben wir diese Leute, also wir haben mit Abraham mit Sicherheit jemanden, der integrative Arbeit leisten kann, Hasebe auch, aber die transportieren halt einen anderen Spirit. Also Abraham ist trotzdem Team, ja, das sollte ich nicht blöd anhören, aber das ist trotzdem Team Streber, der wird den Leuten zeigen, wo die sich anmelden können, aber ich weiß nicht, ob er den Leuten zeigen kann, wo hier vielleicht eine Disco ist, wo du ab und zu mal hingehen kannst. Also es ist, glaube ich, für die Mannschaft, die den Pokal geholt hat, die wird bei uns allen für immer im Herzen bleiben. Und die hatte einen besonderen Spirit. Das war ein Spirit, das war so ein bisschen rough, teilweise ein bisschen assi, du hattest auch ein paar Undiszipliniertheiten, dürfen wir nicht vergessen, wir hatten viele gelbe Karten, aber wir hatten echt, das waren die coolen Jungs auf dem Schulhof. Also das waren die coolen Jungs und vielleicht verlieren wir das jetzt gerade so ein bisschen. Also es ändert sich vielleicht, was aber nicht schlimm sein muss, weil die coolen Jungs auf dem Schulhof wären vielleicht auch mal irgendwann mit der Zeit nachlässig. Also vielleicht ist es gar nicht so schlecht und wir hätten Boateng, wenn er sich vielleicht auch noch verletzt hätte, durchschleppen müssen. Vielleicht ist es, weil jetzt ein neuer Trainer kommt und das ist eigentlich meine abschließende Bewertung, nachdem ich jetzt mein weinendes Auge beschrieben habe. Eigentlich finde ich es nicht so krass schlimm, weil ich jetzt zum Beispiel denke, okay wir haben einen neuen Trainer und er hat jetzt vielleicht für sich selber und für sein Spielsystem, was er dann andenkt, gar nicht so einen Klotz am Bein. Ich glaube trotzdem, dass wenn du einen Fußball spielen willst, der auf Schnelligkeit und wie man es so rausliest, viel Gegenpressing, Pressing, schnelle Konter und geradlinigen Fußball, da ist vielleicht Boateng sogar gar nicht der Richtige. Vielleicht ist er auch einer, der mal, wie wir es immer gesehen haben, mal einen Fuß auf den Ball macht, ein bisschen Tempo rausnimmt, kann gut sein, aber vielleicht passt das für Hütter auch gar nicht. Ja, wobei Hütter heute in der Pressekonferenz auch gesagt hat, dass das zwar gerne der Fußball ist, den er spielen lässt, aber halt auch ein variables System haben will und auch so ein bisschen abhängig davon macht, welche Spieler er am Ende schon in der Mannschaft hat. Also ich glaube schon, er würde gerne Pressing spielen, aber er ist auch schlau genug, das System so ein bisschen anzupassen, wenn er eben nicht die Spieler dafür hat. Ja gut, aber den kann er sich jetzt ja holen. Also die Eintracht muss ein bisschen Asche jetzt haben, also ich glaube vom Gehaltsgefüge ist viel frei geworden. Vom Gehaltsgefüge ist viel frei geworden, es wird aber, das war ja auch in dem Beitrag im Kicker klar geworden, es wird für Boateng jetzt keine große Ablösesumme geben, ich habe sogar gerüchteweise gelesen, dass es gar keine Ablöse für ihn gibt. Das hat ja auch nichts gekostet. Ich habe auch gesagt, Gehaltsgefüge, Gehaltsgefüge. Ja, ich sage ja, Gehaltsgefüge ja, aber halt so mal die schnellen Mittel, die da irgendwie mal so spontan auf einmal raushaust, an der Kasse hat sich dadurch jetzt nichts getan. Ja, aber was mich ein bisschen nervt in der ganzen Diskussion ist, oh, hier bekommen wir gar keine Ablöse, bla bla bla. Leute, überlegt mal, der ist unter windigen Umständen hierher gekommen, keiner wusste genau, wie das überhaupt passiert ist, dass der plötzlich so ein Spieler, der bei Udi Las Palmas eine richtig herausragende Saison gespielt hat, plötzlich für Lau hier in Frankfurt antanzt. Ja, da wird es irgendwelche Mauscheleien gegeben haben oder irgendwas, aber natürlich halt mit der Stipulation, dass du halt sagst, am Ende, wenn ich gehen will oder so, dann gehe ich und das ist dann auch okay. Und guck mal, wie grandios das ist. Wir müssen auch mal ein bisschen zurückblicken und überlegst, wie Feuer und Flamme wir alle waren, wie eskaliert wir sind, als wir unser kleines Video dazu gemacht haben, dass Boateng jetzt wirklich bei der Eintracht gelandet ist. Alter, es ist mehr als wahr geworden, was wir uns erhofft haben. Unsere künsten Hoffnungen und Träume haben sich in dieser Person, Boateng, krass vereint. Und insofern, das, was er uns gegeben hat, hätte es auch mit zwei Millionen nicht bezahlen können. Ja, das ist vollkommen richtig. Das denke ich nämlich auch. Ich denke nämlich genau, dass wir ihn so auch in Erinnerung behalten wollen, weil er trotzdem, der war auch niemand, der uns angelogen hat oder so. Also als er gefragt wurde, sagt er, weiß ich, ich rede nicht über nächste Saison. Es ist doch jetzt, und wie der Marvin es gesagt hat, das sind seine persönlichen Gründe, die er hat, die kann man verstehen. Bei Kovac hätten wir es ja auch verstanden. Ich verstehe gar nicht, dass manche Leute das vergleichen. Bei Kovac ging es uns nur darum, dass er uns angelogen hat. Wenn Kovac genau das Gleiche gesagt hätte wie Prince oder wie, wenn man die Umstände, dann hätte es dieses Feuer hier gar nicht gegeben und dann wären wir genauso, ja, wie gesagt, ich wünsche ihm alles Gute. Ich feiere einfach, wie der Marvin es gesagt hat, wir hätten uns gar nicht vorstellen können, dass so jemand hierher kommt. Und er kommt hierher und bringt uns wirklich noch mehr, als wir uns überhaupt erhofft haben. Wir haben jetzt den Pokal in der Hand. Wir spielen jetzt nächste Saison in Europa. Ich sage einfach nur, vielen Dank, Prince. Geiler Typ. Ich mochte ihn vorher. Ich mag ihn auch nachher. Und vielen Dank, dass er uns diesen Pokal, und er hat maßgeblich dazu beigetragen. Und ich hätte ihn auch noch gerne ein, zwei Jahre hier gesehen. Ist jetzt nicht so. Und ich denke aber trotzdem, dass er jetzt nicht mehr da ist, als Chance begreifen sollte. Zu sagen, okay, du hast jetzt trotzdem die Möglichkeit, auf der Sechs, wo er spielt, wo ich ihn sehe, auf der Acht, einfach mehr Schnelligkeit auch reinzubringen und vielleicht auch so ein bisschen, ja, ein bisschen mehr strukturierteres Spiel in dem Sinne. Dass man sagt, okay, wir haben jetzt einen Trainer, der hat vielleicht ganz andere Vorstellungen. Und das glaube ich auch. Vielleicht können wir später nochmal über den Neuzugang Trainer reden. Ich glaube, der hat ganz andere Vorstellungen als Kovac, ehrlich gesagt. Und ich glaube, dass du da Spieler brauchst, die eventuell vielleicht zwei, drei Kilometer mehr als der Prince im Spiel laufen. Und dann ist das so. Ich versuche es trotzdem positiv zu sehen und zu sagen, okay, und ich habe es ja bei Twitter auch geschrieben, als die Leute schon alle ausgerastet sind. Weil ich kann es verstehen, dass jeder denkt, jetzt hauen alle ab. Ja, aber A, war das ein bisschen abzusehen in den Konstellationen, außer bei Wolf vielleicht. Und B, muss man doch eine Bewertung und irgendwie eine Untergangsstimmung, die kann man doch wirklich erst haben, ja nach dem 31.8. Wenn ich jetzt, ich bin der Letzte, der nicht rumschreit, wenn die Eintracht jetzt keinen holt. Also das ist ja wohl klar. Du kannst ja nicht, weil der Marvin hat es vorhin gesagt, in der Zentrale, unser Maschinenraum wurde ja komplett in die Luft gesprengt mit Mascarelle und dem Prince. Also es ist ja eigentlich so, diese Doppel-Sechs, wo wir immer gesagt haben, ey, das ist einer der Besten in Top 5 in der Bundesliga. Die ist komplett weg und wir haben nur 4 Millionen dafür gekriegt. Muss man auch sagen, das jetzt zu ersetzen, das wird hart. Das wird richtig hart, aber ich will der Eintracht zumindest, bevor ich mich aufrege, noch die Chance geben, eben das zu tun und dass auch der Trainer jetzt vielleicht das Gefühl hat, okay, ich habe wichtige Planstellen sind frei, Gehälter sind frei geworden, ich kann die mit XY besetzen und mit denen meinen Fußball umsetzen. Dieses Vertrauen habe ich jetzt noch, vielleicht, ich habe es schon gesagt, vielleicht bin ich noch zu Pokal-Stone, aber meine Güte. Ja, ist aber auch erst der 4.7., also die Transferperiode geht bis 31.8. Ich weiß, dass wir früh dran sein müssen und dass es besser ist, je früher wir unseren Kader haben, weil wir natürlich auch im Verlauf der Zeit europäisch dann auch unterwegs sein werden, aber auch, das ist ja der Vorteil, wir haben uns ja direkt vor Europa qualifiziert und müssen nicht nur den Umweg über Europa League Quali gehen, das heißt, es ist nicht so dramatisch, wenn wir die Leute so ein bisschen später bekommen, insofern umso besser, wenn wir dann auch einfach mal einen kühlen Kopf bewahren und bis dahin einfach warten. Jetzt ist es der 4.7., da wird sich noch einiges tun. Ich wollte gerade sagen, da tut sich noch einiges. Sollen wir mal die anderen Abgänge noch kurz thematisieren, die wir da so auf der Liste haben? Mascarell hatten wir ja gerade eben schon angesprochen, ich meine, bei dem war es eigentlich diese Rückkaufoption, das ist jetzt auch schon seit langem darum gegeistert, das war jetzt auch nicht so wahnsinnig überraschend, dass das passieren wird, oder? Also für mich jedenfalls nicht. Das war ja auch ein Abgang, mit dem wir alle gerechnet haben. Ich meine, es ist interessant, also weil ich sagen muss, dass er ja in der letzten Saison auch, wenn er gespielt hat, mega stark war, aber hat er halt im Endeffekt auch nur neunmal auf dem Platz gestanden, war ja durchaus verletzungsanfällig. Ich weiß nicht, ob das was Schalke macht mit dieser Überpointierung seiner Persönlichkeit, also da habe ich ja jetzt schon ein bisschen gelesen, als wäre er jetzt so ein bisschen der neue Heilsbringer und so weiter und so fort. Vielleicht machen die das bei jedem Spiele, aber vielleicht sollte man da die Kirche auch im Dorf lassen, da muss ich auch erst mal einen finden. Aber da merkst du schon, wie dick das Rad einfach gedreht wird bei jedem Furz, der irgendwie gelassen wird, wo ich mir denke, ach doch, einfach mal, lass den Spiel, das ist ein guter Typ, der wird euch mit Sicherheit helfen, aber der muss halt auch erst mal 34 Spieltage in der Saison machen. Das hat er nämlich nicht so oft gemacht. Ja, das ist so das bei Mascarell, genau. Also du hast dieses Gefühl, immer wenn er gespielt hat, hast du gesehen, Alter, der ist eigentlich zu gut für uns, dass ich, das, für mich war das so ein, den konntest du schon mit Valejo vergleichen, hast du auch gesehen, ja, da gehört dir eigentlich nicht hin. Also, das ist ein bisschen zu gut für uns, aber bei ihm kam er dazu und deswegen haben wir ihn, glaube ich, auch noch ein Jahr länger behalten können, weil er halt echt Verletzungspech, ich will ihn gar nicht anfällig nennen, weil ich da die Historie nicht genug kenne, aber der hatte zumindest Verletzungspech, sag ich mal und dadurch hat er genau, wie er am Abend gesagt hat, nur neunmal gespielt, aber wenn er gespielt hat, hast du gemerkt, okay, der ist dick wichtig und die Sache ist halt, das ist so ein Abgang, den verstehe ich, weil ich ihn verstehe, weil er einfach zu gut für uns ist, fertig, also für mich ist Mascarell trotzdem einer der Bretter 6er und ich finde trotzdem, dass Schalke da für 10 Millionen echt ein Schnäppchen geschossen hat, also zumindest bei der Ablöse, weil ja viele gesagt haben, haben wir die 6 Millionen nicht draufgelegt, bla bla, ja Leute, dem musst du halt aber auch 25 Millionen Euro in vier Jahren zahlen, das ist ein Regal zu hoch für uns, sorry, also da kann ich nicht sauer sein, weil da kann ich auch nicht auf die Eintracht sauer sein, weil ich kann eher die Eintracht beglückwünschen, dass überhaupt so einen Kicker wie Valejo oder Mascarell überhaupt mal bei uns gekickt haben, weil die eine Qualität mitbringen, die die Spieler, die wir immer besessen haben, nie hatten, ganz ehrlich, das hatte auch ein Schwegler nicht, das ist trotzdem eine Kategorie höher zu bewerten, finde ich und deswegen ist es traurig, dass da geht, ich kann es verstehen, man hat, glaube ich, ja vielleicht ist man aber auch ein bisschen abgestumpft, dass man überhaupt keine Hoffnung hat, dass ein Spieler irgendwie denkt, oh geil, das Erlebnis mit Eintracht und die Fans und die Stadt, das gefällt mir, ich bleib jetzt hier, hat man nicht, ist halt wahrscheinlich so, muss man sich, glaube ich, mit abfinden, weil genauso schnell wollen wir ja aber auch Spieler wieder loswerden, die wir hier nicht, also weißt du, also wir sagen jetzt auch nicht, boah, bitte Blumen, bleib, tu es mir persönlich leid, ich bin nicht traurig, wenn er geht, also es gibt ja auch die andere Seite, also ich finde, bei Mascarell kann ich niemanden verstehen, der das nicht versteht. Ja, und das ist es halt, du sprichst die finanzielle Komponente an, diese Roundabout 6 Millionen pro Jahr, das ist natürlich auch etwas, wo du genau überlegen musst, ob du das einem Spieler zahlst, der halt neun Spiele in der letzten Saison gemacht hat, ne, also das, also das muss man wirklich gegenrechnen und da kommt halt die, da kommt halt Schalke, die diese Summe aufrufen können, da will ich auch gar nicht, dass der Eintracht das macht, wenn ich ehrlich bin und ja, auch genau mit dem Punkt, ja, warum haben wir das nicht gemacht und so weiter und so fort, der Spieler hat früh signalisiert, dass er schon Angebote hat und nicht bei der Eintracht bleiben will und das muss man dann einfach so akzeptieren. Wie will man es ihm verdenken, weil wir haben es ja auch gesagt, der verletzt sich oft und wenn der einfach ein Vertragsangebot mit, wo er weiß, er hat in vier Jahren danach 25 Millionen Flocken auf dem Konto, ja Leute, das würde ich auch machen, das würde ich sofort machen, das tut mir auch leid, da würde ich sofort sagen, tschau, weil du auch, wie gesagt, er ist ja auch hier nicht in Frankfurt geboren oder sonst irgendwas, also es ist, ich fand dafür, dass er, ich war froh, ihn nur auf Spielen gesehen zu haben, muss man schon sagen, es gibt ein paar Kicker bei der Eintracht, das sind einfach Boateng, Mascarell, Valerio und sage ich auch immer wieder, damit müssen wir uns abfinden, ich würde nur, ja, und jetzt kommen wir vielleicht, können wir eine Überleitung zum nächsten Spieler finden, ich würde mir nur wünschen, dass man das nur noch für Spieler macht, die wirklich überqualität sind und nicht mehr für Leute, die eigentlich zu dem Zeitpunkt, wo die einen Vertrag unterschreiben, wirklich froh sein können, dass sie hier spielen können, da finde ich, dass man mit Marius Wolf zum Beispiel, die Eintracht sagt zwar, dass sie keine andere Möglichkeit hätte, ja, aber dann lass den Spieler halt, dann hol den halt nicht, also ich finde trotzdem, dass du, wenn du Marius Wolf verpflichtest, nimmst du ja auch einem anderen Spieler in den Kaderplatz, dass er jetzt überperformt ist, toll, ich will aber trotzdem, dass man, wenn man so eine Wette in die Zukunft eingeht, das mit einem Spieler macht, wo man eben keinen Berater hat, der einen zwingt, 5 Millionen oder, oder was ist jetzt 6 oder 7, habe ich jetzt auch gelesen, Ausstiegsklausel drin ist, weil dann gebe ich halt einem anderen die Chance, weil bei Wolf kannst du mir nicht erzählen, dass man in der Situation sagt, boah, krass, wir haben den bekommen, ja, scheiß auf die Klausel, das ist für mich trotzdem was anderes und ich finde auch komisch von Eintracht und macht mich ein bisschen wütend, dass sie das so kommunizieren von wegen, ja, ihr Fans seid ja dumm, wir hatten halt zu dem Zeitpunkt keine andere Möglichkeit, um so einen Spieler wie Marius Wolf zu kriegen, Leute, Spieler wie Marius Wolf gibt es trotzdem viele, also es gibt viele, die du, wenn du die an die Hand nimmst, ein Talent haben, es irgendwo nicht geschafft haben und denen du nochmal eine Chance gibst und dann hast du vielleicht eine 50-50 Chance, dass die bei dir durchbrechen, weil, dass es Wolf so abgeht, hätte man, trotzdem hättest du das zu dem Zeitpunkt, wo du, äh, diese Klausel warst, nicht gewusst, trotzdem will ich, dass wenn ich einem Spieler die Bühne Bundesliga gebe, und das ist ja auch ein Wert, den die Eintracht gibt, man darf ja nicht immer so tun, als wenn man den Spielern irgendwie, keine Ahnung, hörig sein müsste, weil du gibst als Eintracht Frankfurt einem Spieler die Chance, in der Bundesliga zu spielen, bei einem Verein, der Beachtung findet und dafür weiß ich nicht, dafür würde ich nicht mehr in Zukunft, ich würde es nicht mehr in Zukunft machen, solchen jungen Spielern Ausstiegsklauseln im Bereich von 5 Minuten zu geben, weil du begrenzt dann auch deine eigenen Wertsteigerungsmöglichkeiten, weil den hätten wir wirklich für 15 bis 20 verkaufen können und das sind, das würde ich einfach nicht mehr machen und da würde ich im Zweifel auch zu so einem jungen Spieler sagen, ja gut, dann gehen wir anders hin. Ja, kann man drüber nachdenken, finde ich auf jeden Fall eine Idee, weil wie das gelaufen ist, ist jetzt ein bisschen unglücklich, sehe ich ganz genau so. Ist so ein bisschen schade, weil da, ja siehst du halt schon ein bisschen blöd aus, weil Dortmund, die haben einen super Schnapp mit ihm gemacht, das muss man ganz klar sagen, ich weiß auch gar nicht, ob er, keine Ahnung, wie viel der dann de facto dann dort spielt, aber der ist ja mega schnapp gemacht und Diallo, für Diallo überweisen die über 20 Millionen an Mainz, so und dann bringst du dich automatisch wieder in eine scheiß Situation, ist halt mega unnötig und das fuckt halt ab, weil du willst eigentlich, ganz ehrlich, natürlich hat Diallo eine gute Saison gespielt, aber für mich war Marius Wolf als potenziell deutscher Perspektiv-Nationalspieler ist für mich höher zu bewerten, aber der war halt günstiger und sowas ärgert. Ja, definitiv. Ja, ich finde trotzdem, dass man, wie gesagt, bei Vallejo, beim Prince, beim Mascarella hat man es immer verstanden, man darf es aber, und die Sache ist ja, die vergessen wir nicht, bei Gacinovic ist es auch so, dass wir da nur 50% an den Transferrechten halten, also du kannst trotzdem, du blockierst dich trotzdem und wenn du die Möglichkeit hast, zwischen zwei Spielern auszunehmen, würde ich immer den nehmen, wo ich halt keine Klausel reinschreiben muss oder, oder wenn der Spieler wirklich so selbstbewusst ist, ja warum schreiben die dann nicht 15 Millionen in den Vertrag rein, ja klar, weil der Berater wieder mitkassieren will bei deinem Handgeld, blablabla, aber es muss möglich sein, dass die Eintracht in eine stärkere Position kommt, zu sagen, nee, hört mal zu, die Wertsteigerung, das bringt es nicht, wir brauchen Spieler, die mindestens irgendwie, keine Ahnung, wenn sie dann gehen, 15, 20, 30 Millionen Euro bringen und das Ding ist ja auch so, das ist ja keine Forderung von mir, die ich jetzt hier irgendwie, das ist keine utopische Forderung, die ich jetzt stelle, weil ich jetzt irgendwie durchdrehe, sondern, der Marwan hat es angesprochen, das geht, also das geht, dass du einen Spieler aus Frankreich für 5 Millionen holst und den für 28 verkaufst, das geht, da ist auch keiner, der zu Mainz gegangen ist und hat gesagt, nee, dann kriegt ihr den nicht, sondern die haben halt das so verhandelt, der Spieler hat performt, der ist jetzt bei Dortmund, zack, 28 Millionen. Das funktioniert, vielleicht sehen wir es bald bei Rebic und ich finde trotzdem, ja, wie soll ich sagen, ich finde es trotzdem merkwürdig, wie die Kommunikation im Fall Wolf lief, weil ich trotzdem gerne von einem Verantwortlichen gehört hätte, zu sagen, ja, wir hätten zu der Zeit nicht gedacht, dass das passiert, wir machen es jetzt aber nicht mehr, wie es aber sich für mich so angehört hat, ist das eine Sache, die immer wieder so machen würden und uns jetzt vorrechnen, aber das ist doch das 30-Tage, was wir bezahlt haben, nee, aber das geht trotzdem nicht, wir können nicht jetzt noch ein warres Wolf produzieren, wo wir dann trotzdem eine 5-Vilion kriegen, was, was, da kommen wir ja nicht voran. Ja, hast mit allen. Das sind für mich, sorry, das sind für mich Kategorien, in denen Zweitligisten denken sollten. Zweitligisten sollten sich Spieler für 500.000 kaufen, um die zu 5-Vilions verkaufen, so. Nicht Eintracht Frankfurt. Naja, und besonders nicht in der Ausgangslage, ne, weil die Ausgangslage war halt so, dass er kaum gespielt hat in der Reserve von Hannover 690 und das ist halt genau der Punkt, ne. Er hat sich hier die Schulter gebrochen, wir haben ihn trotzdem noch nicht abbehalten. Genau, und das ist halt so das Ding. Und da sind, ja, wie gesagt, finde ich, sind auch Dinge scheiße gelaufen, das muss auch dementsprechend auch reviewt werden, sag ich mal, von der Eintracht und auch von der Führung, denn das ist, wie gesagt, das bringt uns ja dann auch wieder in Missverhältnisse. Natürlich, wir müssen den Spieler erst ersetzen, das Problem ist, wir bekommen halt für die 4 Millionen, oder für das Geld, was wir jetzt da bekommen haben, bekommen wir nicht den gleichwertigen Spieler, das ist halt einfach ärgerlich. Musst du ja auch nicht, du kannst ja auch den nächsten für 1-2 Millionen holen, kannst du ja machen, weil Wolf war ja auch nicht teurer, nur will ich dann, wenn der dann durch die Decke geht, nicht schon wieder Angst haben, dass der auch für 5 Millionen geht. Man will doch einfach mal, du brauchst in der Mannschaft, kannst du von mir aus wirklich 3-4 haben, die, keine Ahnung, die ausgeliehen sind, die Rückkaufklauseln haben, die Ausstiegsklauseln haben, aber nicht fast jeden. Dass du dann die Mannschaft durchgehst und sagst, ja okay, eigentlich können wir keine Transferwerte erzielen, sondern, wer ist denn der Einzige, den wir haben? Das war's, sonst kein Einziger, nach so einer spektakulären Saison ist das eigentlich ein bisschen wenig, was da zumindest monetär bei rauskommt. Emotional ist das unbezahlbar, deswegen gehe ich es auch mit und das hat alles richtig gemacht, ich würde mir nur wünschen, dass wenn du mal eine Saison hast, wo du eben nicht diese großen Emotionen hast und du wirst, keine Ahnung, du wirst Zehnter, spielst trotzdem vielleicht eine einigermaßen gute Saison, dass du dann ein, zwei, drei Spiele entwickelst und die wirklich weiterverkaufst und dann weiter, das weitergeht, dass du quasi diesen ständigen Umbruch, den wir sowieso immer wieder haben, wir machen uns nichts vor, aber dass du den mit mehr Geld beschreiben kannst. Genau, dass du den halt besser finanzieren kannst, weil nur so funktioniert es, wenn wir uns als Mittelklasse-Bundesligisten einigermaßen auch festsetzen wollen und vielleicht auch immer wieder mit diesem Konzept fahren, was ja natürlich ist, weil wir nicht der A1-Verein sind, der andere nur aufkauft und die das dann vielleicht noch verwaltet, jetzt sage ich mal, wie die Bayern, die das machen können oder vielleicht auch in einer gewissen Art und Weise Dortmund, wo wir halt mit so einem ständigen Wechsel leben müssen, muss es aber auch dementsprechend gut vergütet sein, damit das halt auch funktionieren kann. Das denke ich auch. Das sollte auch wirklich die Maßgabe sein und ich finde, diese Mischkalkulation kann man ja machen, dass du wirklich dir ab und zu trotzdem einen Spieler holst, der eigentlich zu gut für dich ist und wo du dann halt die Kröte fressen musst, aber dann muss er halt wirklich auch so ein Überperformer sein. Ja klar, aber der muss natürlich die anderen Spieler mitnehmen und aus denen musst du dann den Gewinn schlagen, ansonsten funktioniert das System einfach nicht. Das wäre es ja gewesen, das ist ja die Kalkulation. Du holst die Spieler wie Boateng dazu und Mascarell auch, die sind im Maschinenraum und durch diese Spieler, sowohl mental als auch vielleicht spieltaktisch profitieren Spieler wie Rebic und Wolf, die werden mit hochgezogen, Jovic und Allaire und die streuen dann quasi die Marktwerteentwicklung auf die anderen ab und dann hast du keine Ahnung und du hättest ja theoretisch wirklich dann, dann kriegst du plötzlich für deine Flügelzange Rebic und Wolf, kriegst du nur, wenn es realistische Marktpreise sind, kriegst du plötzlich an die 70 Millionen Euro. Ja so, dann reden wir über ganz andere Sachen, als dass wir jetzt hier 5 Millionen Euro kassieren und das ist nicht übertrieben. Also wenn Philipp, ich weiß gar nicht, wer ist zu Dortmund gewechselt von Freiburg? Ja, der hat 20 Millionen für den Preis. Ja. Oder mein letzte Saison jetzt mal. Maxi Philipp, oder? Oder ich wechsle immer Philipp, Maxi und Maxi. Ja, ich kann die auch nicht, das ist ein bisschen tricky. Irgendwas mit Philipp und Maxi. 20 Millionen Euro ist mit Sicherheit nicht viel besser oder schlechter als Marius Wolf, Punkt. Ante Rebic ist auch nicht schlechter als Davinson Sanchez. Davinson Sanchez. Zack, 40, 50 Millionen Preisschild dran, fertig, dann hast du wirklich 60, 70 Millionen für die beiden. Hast du jetzt nicht, gucken wir, was bei Rebic rauskommt, aber das ist trotzdem Geld, was ich, ich würde es gerne sehen. Die Eintracht ist vielleicht noch nicht so weit, wir dürfen es auch alles andere als beschweren. Nur für die Zukunft würde ich mir wünschen, dass man solche Nummern einfach nicht mehr macht. Ja. Tatsächlich Leute, wir haben einen Schwegler, haben wir auch irgendwie gefeiert, der ist für 1,1 Millionen nach Hoffenheim gegangen. Das geht nicht mehr. Dann will ich lieber eine Mannschaft voller 20-Jährige haben, die um Platz 14 mitspielt. Sorry. Also das ist, weiß ich nicht, weil das irgendwie auch frustrierend dann immer für, ich kann jeden verstehen, der da frustriert ist, weil, ja. Das Geld, was wir jetzt gerade haben, kommt mit Sicherheit nicht aus Transferlösen, sondern das kommt hier durch den Pokal und was weiß ich alles. Europa-Ligue-Einnahmen zukünftig. Grüße nach Europa. Grüße nach Europa. Jetzt haben wir schon Revic ein paar Mal angesprochen, der spielt sich ja auch gerade bei der WM so ein bisschen, also du hattest es glaube ich bei 3,90 gesagt, der ist quasi in Berlin im Stadion rausgelaufen und ist direkt mit dem gleichen Schwung in die WM rein. Was ist denn eure Einschätzung? Bleibt er oder bleibt er nicht? Die Thematik ist halt so, ich finde es natürlich durchaus löblich, dass Hübner gesagt hat, sie sind da drauf und dran, irgendwie Revic halten zu wollen. Das finde ich grundsätzlich ganz nett und kann mir auch natürlich wunderbar eine Saison mit Revic vorstellen in der Europa-League, weil wir müssen natürlich auch planen, mit wem gehen wir in die Saison. Aber ich weiß nicht, ob ich das dafür aufs Spiel setzen will, eine wirklich gute Ablösesumme damit mir durch die Lappen gehen zu lassen. Ich weiß, da gibt es natürlich die Parallelen mit Köln, die auch einen wichtigen Spieler haben gehen lassen und dann nach unten gegangen sind. Da massive Unterschiede, würde ich jetzt schon sagen, zwischen der Eintracht und Köln. Darauf können wir ja nachher noch zu sprechen kommen. Ich würde das sowieso nicht von dieser einen Personale abhängig machen, aber wenn wir wirklich ein richtig gutes Angebot bekommen, wo dann bei uns zumindest, wenn wir das alles abziehen, 30 Millionen hängen bleiben persönlich auf dem Konto der Eintracht, dann finde ich, ist es ein Gang, den man gehen sollte, muss ich sagen. Ja, ich, also vorweg, erstmal, Revic ist einer meiner absoluten Lieblingsspieler fast der letzten 10, 20 Jahre. Also es ist wirklich so, der Marvin und ich haben den auch, glaube ich, schon gefeiert, als er ganz neu hier war. Also da haben wir immer gesagt, ja, der hat irgendwas Besonderes, blablabla, hat es nie geklappt irgendwann. Als er dann nach Last Minute wiederkam, haben wir uns das auch irgendwie sehr, sehr gewünscht. Und wirklich, er hat dann das, was man ab und zu von ihm gesehen hat, bestätigt. Und Kovac hat ihn richtig gut hingekriegt. Und Revic ist für mich ein überragend geiler Kicker. Ich liebe diesen Spieler und würde den natürlich ungern abgeben. Aber Marvin hat es gesagt, das ist dann auch ein Spieler, der zu gut für uns ist. Das tut mir leid, das kann ich dann auch akzeptieren. Wenn so ein Spieler wie Revic wechselt, dann kann ich das 30 Mal mehr akzeptieren, als wenn Wolf, Ox oder Russ irgendwo hingehen und meinen, dass sie wirklich so gut sind, wie sie noch nicht sind. Aber das sei den Spielern dann auch belassen. Aber bei Ante Revic ist es so, da gibt es bei mir mehrere Faktoren. Ich würde ihn am liebsten behalten, weil das wirklich ein Spieler ist. Und ich habe es so genannt, das ist ein Spieler, wo ich mir seit Jahren mal wieder sagen kann, okay, den mache ich mir aufs Trikot. Und ich habe, glaube ich, ewig keinen Namen mehr auf dem Trikot gehabt. Und das ist ein Kicker. Ich liebe diesen Mann so sehr, dass ich auch krass, und das hätte ich auch nicht gedacht vor der WM, dass ich bei Kroatien spielen so krass abgehe, als er das Tor gegen Argentinien macht, bin ich ausgerastet. Komplett, als hätte er irgendwie die Eintracht im Tor geschossen. Was dazu geführt hat, dass ich jetzt ständig die Kroatien spiele in dieser MS9 mit meinen kroatischen Freunden schaue und wirklich so involviert bin und das eigentlich gar nicht wollte. Ich habe ja bei 93 noch gesagt, geil, die WM wird so ein Sommer, wo man einfach nur emotional rumfickt. Und keinen irgendwie emotionalen Schaden davon trägt. Nee, scheinbar hat nicht funktioniert. Aber das beschreibt ungefähr, wie krass ich diesen Spieler liebe. Und deswegen würde ich ihn natürlich gerne behalten. Aber wenn ich jetzt mal diese Liebe rausrechne, ist das, was der Marvin sagt, eigentlich trotzdem rational besser. Weil, Punkt A, bei Rebic weißt du, das hat die Vergangenheit gezeigt und auch teilweise hier die Gegenwart bei uns, er ist trotzdem ein Spieler, der launisch sein kann. Er ist ein Spieler, der ganz extrem, glaube ich, auf den Trainer angewiesen ist, was Kovac auch immer angedeutet hat. Dass du quasi als Trainer so ein bisschen von deiner Arbeitszeit freischaufeln musst, dass du so einen Spieler wie Rebic überhaupt, sage ich mal, unterhalten kannst, in dem Sinne, dass er wirklich funktioniert. Dann weißt du bei ihm nicht, ob er mit dem Spielsystem, was wir unter Hütte haben, ob er da reinpasst. Das ist der nächste Punkt. Das sind viele Unwägbarkeiten. Also du weißt quasi nicht, ob er die Leistung, ich glaube schon, dass er die Leistung zeigen kann. Weil dafür ist er einfach individuell sehr, sehr stark. Und wenn er fit bleibt, der ist einfach, der hat eine Urgewalt, die ist quasi echt selten. Ich glaube, Unterschiedsspieler hat irgendeiner in der Zeitung gesagt. Das finde ich eigentlich ziemlich passend. Was bei mir halt noch dazu kommt, ist, dass Rebic, ja auch vielleicht für die Fans wichtig wäre, dass er bleibt. Dass du denkst, okay, da ist noch ein Held. Also da ist noch so ein, du kannst dich an ihm festhalten, zu sagen, das ist Andrejvic und dass er so eine Identifikationsfigur ist. Aber du hast halt trotzdem irgendwie das Gefühl, ja, dass er eigentlich zu gut ist. Und du müsstest wahrscheinlich das Geld einfach einstecken. Weil man muss ja auch sagen, so eine WM ist ja auch irgendwie wie so eine Hype-Messe. Also das ist ja wie so eine Hype-Messe, wo alle Augen plötzlich drauf schauen. Und dort werden dann Preise gezahlt, die, glaube ich, wirklich 30, 40 Prozent über dem üblichen Preis liegen. Weil du als Spieler bei einer WM innerhalb von drei, vier Spielen einen Hype kreieren kannst, der quasi eine Marktwertsteigerung, eine kurzfristige Marktwertsteigerung quasi erzeugt. Die aber eigentlich eine Blase ist. Also du kannst ja, sagen wir mal, wir halten Rebic noch ein Jahr. Da wird ja trotzdem, egal wie krass er in der Bundesliga scort, da muss er ja schon Torschützenkönig werden, dass du denselben Hype hast wie drei, ja, weiß ich nicht, jetzt eigentlich zwei Tore in Anführungszeichen bei der WM. Also es ist trotzdem so, dass er diesen Hype und diesen Marktwert, den er gerade hat, dass er den hält, das ist, glaube ich, trotzdem eine Wette, die ist 70-30 gegen uns. Und deswegen glaube ich trotzdem, dass du sagen musst, okay, wenn jetzt jemand kommt und sagt, Leute, wir geben euch 50 Millionen Euro, davon landen, keine Ahnung, 12 bei Florenz und was, 38 bei uns. Ja, Leute, dann muss ich leider, leider sagen, das wäre fahrlässig, das nicht zu tun, weil du dieses Geld in die Breite und in vielleicht drei oder vier Spieler investieren kannst, die dir ähnliche Perspektiven bieten, wo von den dreien ja auch nur einer wieder zünden muss. Also es ist so, ich würde es komplett emotional rausgerechnet, würde ich sagen, muss man es machen. Aber, und wie der Marvin hat es gesagt, da müssen Minimum 30 bei uns landen. Also wenn jetzt hier Hübner ankommt und verkauft den für 29 Millionen Euro, wo 20 bei uns bleiben, ja Leute, dann werden die Leute sich freuen, weil dann schreie ich auch hier wieder rum. Ja, und das ist, ich will nochmal ganz kurz zu dem Aspekt kommen, den du angesprochen hast, mit Halbmesser genauso ist es halt, die WM ist immer ein Schaufenster und dann werden auch manchmal Spiele von vermeintlich guten Vereinen oder bekannteren Vereinen verpflichtet, die man vorher nicht gesehen hat, das ist aber für die dann auch so ein bisschen ein Aushängeschild. Das ist dann für die dann so, nach dem Motto, na, wir konnten uns den holen, der hat bei der WM begeistert, also, und den konnten wir uns jetzt holen, so nach dem Motto, wir sind ein starker Verein. Je nachdem, wo die Leute herkommen, ist es dann auch regional noch wieder wichtig, dass du, das kannst du natürlich nicht, du kannst jetzt nicht Trikots für 20 Millionen verkaufen, ja, also das ist Quatsch, aber du kannst schon dann deine Marke dann auch persönlich stärken, aber in der Region potenziell auch stärker werden, wenn du sagst, naja, Rebic ist da jetzt vielleicht ein kroatischer Held oder so dann geworden oder so. Und dann kann es ja sein, dass Real, das ist jetzt mal total übertrieben, aber dass dann Real sagt, na, jetzt haben wir den jetzt in unseren Reihen, seht ihr, wir achten auch darauf, wir haben auch diesen Markt, wir haben auch euch im Blick und so weiter und so fort, und dann gibt es dann vielleicht wieder ein paar kroatische Kids, die sich genau deswegen dann ein Rebic beziehungsweise Realschart kaufen, ne, nur mal so, das ist halt dann auch so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, ein kleiner Schwanzvergleich bei der WM. Ja, das stimmt schon. Das ist es ja, das ist ja genau dieses, das ist ja genau so dieser Fakt von der Messe, und da gibt es so ein begehrtes Produkt und dann die Leute, das ist ja auch so ein bisschen Ego dann für den jeweiligen Verein, zu denken, okay, wir haben uns jetzt Ante Rebic gekauft und du kaufst dir ein bisschen halb mit, den kannst du ja selber dann auch nutzen. Und wenn der dänische Verteidiger dann nicht umrohrt, dann reden wir wieder über fünf Minuten mehr, dann geht Rebic durch die Presse, hat in der Verlängerung das Siegtor geschossen, blablabla. Das zeigt ja wirklich nur, was bei so einer WM los ist, wo alle Augen drauf sind. Und wenn der jetzt irgendwie gegen Russland nochmal so gut spielt, dann hat alle Spiele bis jetzt gut gespielt. Und mittlerweile hast du auch an den Auswechslungen vom kroatischen Trainer gesehen, der hat sich sogar an Mandzukic und Perisic vorbeigespielt, weil die erst ausgewechselt wurden. Er war die ganze Zeit drauf. Also das ist schon, glaube ich, ein Zeichen der Wertschätzung, wie krass er sich in dieser Mannschaft gespielt hat. Und ja, das ist, glaube ich, wirklich ein Hype, den man nutzen muss, weil er halt auch ein geiler Typ ist. Also der Marvin hat es, glaube ich, bei uns bei 390 gesagt, dass er ein Typ ist, der auch im Hinterhof steht mit einem Ja-Baguette. Also das ist wirklich ein Spieler zum Anfassen. Ich glaube, Ante Rebic ist mit der heißeste Scheißgerade auf dem europäischen Markt. Und ich hoffe wirklich, dass es stimmt, was Hübner gesagt hat, dass das wirklich keine Klausel beinhaltet, weil 30 sollen wirklich bei uns landen. Ja, er ist wirklich ein Spieler, der momentan halt absolut noch eine Geilheit am Spiel zeigt. Das ist halt total geil. Das ist total auch fast ein bisschen selten, was du von Bundesligaspielern jetzt aktuell so zu sehen bekommst, dass die auch wirklich Bock haben. Und das merkst du halt auch, wie gut er seiner kroatischen Nationalmannschaft einfach tut. Und das sind natürlich, er bietet sich damit halt vollkommen an. Und ich glaube, dass er aktuell jedem Verein der Welt wahrscheinlich, zumindest sei es als Backup-Spieler, schon helfen kann, wenn er diesen Bock behält. Und ich denke, dadurch spielt er sich wahrscheinlich auch nochmal einen ganz anderen Wert. Wie gesagt, müssen wir abwarten. Ich denke, das kann sich auch relativ spät entscheiden. Jetzt ist es ja sowieso so, dass wir, glaube ich, jetzt die nächsten zwei, drei Tage da eh keine definitiven Aussagen bekommen, weil, naja, es hat ja ganz gut geklappt, ne? Ja, vor allem muss man ja auch warten. Also du musst ja warten, was ist, also wirklich, also du musst ja auch echt gucken, der wird ja jetzt, der ist ja jetzt bei der WM und dann muss ja erstmal gucken, was rauskommt. Also du kannst ja wirklich, der Marktwert kann sich ja, der kann sich auch noch verletzen. Also es kann ja wirklich alles noch passieren. Da kann jetzt noch vieles passieren, ja. Also es ist auch wirklich, aber was ist wirklich, wenn die ins Finale kommen? So unfassbar unrealistisch ist es mit der Mannschaft nicht. Dann spielt André Bitsch in dem WM-Finale, wenn er da noch ein Tor schießt, ja, ja Leute, dann sollen die Leute schon mal anfangen zu sparen. Ja, ja, also das ist so, also da musst du halt auch mal gucken. Ich glaube auch, dass das spät entschieden wird. Ich hoffe halt nur, dass der Eintracht wirklich einen Ersatz in der Hinterhand hat, weil wir haben gesehen, was passiert, wenn er fehlt. Also es ist schon, dass er dem Eintracht viel was geben kann, was aber natürlich auch neu sein wird. Wer weiß, was die wichtigen Mosaikstücke werden, die können wir ja noch gar nicht wissen, weil wir gar nicht wissen, wie die Eintracht, wie die Spielstatik aussieht. Ich weiß ja gar nicht, vielleicht wird in der nächsten Saison Hasebe unser wichtigster Spieler, weil wir, keine Ahnung, das Zentrum immer dicht machen, irgendwie nur zwei wahre Sechs haben. Ich weiß es ja alles nicht, deswegen fällt es mir schwer, das zu bewerten, aber man muss trotzdem denken, wenn sich dieser Hype einigermaßen weiterhält und da kommt jemand, der uns wirklich ziemlich viel Asche bietet, dann müssen wir es leider machen. Weil, und das wäre die einzige Alternative, die ich akzeptieren würde, wäre, dass man sagt, okay, man verlängert mit ihm einen Fünfjahresvertrag und er signalisiert, okay, ich habe überall schon genug Scheiße erlebt, ich bin froh, dass es mal für mich irgendwo läuft. Ich bleibe jetzt aber wirklich drei Jahre bei euch, weil dann hast du drei Jahre einen Spieler ante Rebic. Also das wäre was für mich, wo ich sagen könnte, okay, dann kannst du mit ihm planen, du kannst ihn als Säule planen, aber leider fürchte ich, dass das unrealistisch ist, weil da die Entwicklung von Rebic schneller voranschreitet als unsere. Ja. Schauen wir mal, also Hütte hatte heute in der Pressekonferenz gesagt, er geht davon aus, dass er bleibt. Ich glaube, das ist halt wirklich ein Thema. Es gibt auch nichts anderes, du brauchst auch jetzt gar nichts anderes sagen, ist ja totaler Unsinn, weil, stell dir mal vor, ja, wir wollen, dass er geht. Weißt du, macht ja keiner. Du bist immer nah dran und du willst, dass er bleibt, das ist ja ganz klar, ist ein Spieler mit seiner Qualität. Aber was jetzt in den nächsten Wochen noch passiert, ich denke, da sitzen alle dran und dann schauen wir einfach, wie es weitergeht. Ich glaube, wir können uns so oder so freuen, wenn er bleibt, ist es umso geiler, wenn er zu einem guten Preis geht, ist es für uns auch okay. Dann wird die Eintracht in diesem Maße einfach weiter agieren, wie es im Bundesliga-Geschäft üblich ist. Ich denke, das passt. Gut, dann gucken wir mal noch auf die anderen Themen, ich glaube, den Radecki-Wechsel, den brauchen wir jetzt nicht mehr irgendwie groß zu dingsen, das Thema ist durch, das war eh klar. Dann haben wir noch das Thema mit Meier, wo wir noch so gar nicht drüber gesprochen haben, was jetzt aber auch schon ohneher ist. Stimmt, ja, da gab es ja diese Demonstration. Ja, stimmt. Ja, nee, also was soll ich dazu sagen, was mir leider nicht so ganz gut gefällt, sind die Vergleiche, die dann so angestellt werden. Ja, jetzt irgendwie hätten wir Meier, Boateng geht jetzt weg, hätten wir Meier doch noch behalten. Das ist für mich eine Gleichung, die so nicht funktioniert. Also die für mich einfach so nicht funktioniert. Wie gesagt, ich hätte Meier durchaus gerne behalten in einem Konstrukt, wenn es gut gepasst hätte. Ich denke, vielleicht als Ersatzspieler wäre es durchaus irgendwie eine Option gewesen. Das hätte ich cool gefunden. Aber so ist es halt jetzt mal nicht. Und über die Hintergründe weiß ich halt auch nichts. Also ich meine, ich kenne deren interne Absprache nicht. Ich muss sagen, ich kann hier schon beide Seiten verstehen. Ich kann sagen, naja, der Spieler wird uns nicht mehr so von großem Wert sein. Ich kann aber auch verstehen, dass er als Spieler mit einem gewissen Ehrgeiz sagt, er will weiterspielen. Auch weiter am liebsten bei der Eintracht und so, weil er da natürlich auch einen Status hat. Ich finde, wie es gelaufen ist, es hätte definitiv besser laufen können. Das muss ich sagen. Dass halt gewisse Misstöne auch, dass er sich dann irgendwie an die Presse wendet. Dass er dann irgendwie über die... Dass er eigentlich auch total unschuld beschrieben ist. Ja, genau. Vor allen Dingen auch, was er da gesagt hat. Also sorry, Leute. Diese Aussage, ich weiß gar nicht, wo ich hin soll. Das hört sich wirklich an, als hätte ihm jemand die Wohnung gekündigt. Also du kannst schon noch in Frankfurt wohnen bleiben. So ist es nicht. Also es ist wirklich... Ich hätte mir halt gewünscht, dass man das zusammen macht. Also wisst ihr, was ich meine? Also du hast das Gefühl gehabt, dass die das nicht zusammen irgendwie entschieden haben. Dass jemand einfach miteinander redet und sagt, wie finden wir jetzt eine Kommunikation, dass irgendwie beide Seiten gut rauskommen. Ja, das wirkt dann so ein bisschen unbeholfen an der Stelle. Das wirkt dann einfach kühl, kühl und unbeholfen. Das ist das Problem. So nach dem Motto, ich bin zwar total der Chef und weiß, wie das alles mittlerweile sportlich läuft. Und das glaube ich zum Beispiel auch, dass die sportlich mittlerweile einen ganz guten Weg gefunden haben. Aber dass denen die Emotionalität da so noch ein bisschen abgeht und dass sie das unterschätzt haben. Weißt du? So wie... Ja, ja, dass die einfach die Situation unterschätzt haben mit Maya. Und gut, okay, dass es dann halt irgendwie einen Proteststurm gibt und dass es dann Leute gibt, die dann demonstrieren. Und dann, ja, also weiß ich nicht, können wir machen, ne? Ja, also ich, das Ding ist, die Entscheidung mag ja fachlich sogar richtig sein. Du hast einen Spieler, wo du nicht weißt, also der trotzdem eine große Stellung hat, aber wo du auch immer befürchten musst, wenn er dann topfit ist und nicht spielt, dass dann Fragen kommen. Das würde mich dann auch nerven, wenn ich denken würde, ja Leute, ich habe ihr aber gesagt, ich habe ihm mit die Rolle klar kommuniziert. Aber das hast du ja dann auch selber nicht im Griff, weil selbst wenn der Spieler sich nicht beschwert, dann fangen irgendwelche Zeitungen an zu schreiben. Dann trifft Haller viermal das Tor nicht hintereinander und dann fangen Leute an, ja, aber da sitzt Alex Meyer auf der Bank. Ja, aber meine Güte, der wird auch nicht jünger, der wird auch nicht wenig Gehalt bekommen haben. Und wenn man sagen will, okay, wir müssen uns für die Zeit, und der hatte doch also für die Zeit nach Maya, die müsste auch irgendwann losgehen. Ich hätte mir vielleicht von ihm gewünscht, dass er selber sagt, okay, dieser Abschluss gegen Hamburg, der war so emotional, die Leute haben im Stadion geweint. Er macht dieses Tor, er ist beim Pokalsieg auch nochmal dabei und sagt, okay, ich gehe jetzt nochmal zwei Jahre nach Amerika und komme dann wieder und werde Jugendtrainer bei der Eintracht und zack, zack, zack. Also bei Nikolov hat man ein ähnliches ja auch geschafft. Also das ist ja so, ich weiß es nicht, ich kann es nicht einschätzen, vielleicht wäre es auch gut gewesen, wenn er geblieben wäre, vielleicht hätte er es nochmal geschafft, sich komplett fit zu machen. Aber gut, ich weiß es nicht, ich finde es trotzdem, das muss meine Eintracht echt hart anlasten, die Kommunikation war eine Frechheit. So ein Spieler, der wirklich, und wir haben es ja besprochen, es gibt nicht mehr so viele Identifikationsfiguren. Er war einer in der heutigen Zeit, so lange bei einem Verein zu bleiben, der wirklich auch anfänglich hier gehatet wurde, davon auch nicht vergessen. Also der war jetzt nicht so, das war immer Funkel, sein Schwiegersohn immer angeblich, da gab es die wildesten Stories. Und ja, er hat es dann aber geschafft, auch wenn er immer besser geworden ist, er wurde Torschütz. Ich muss sagen, da muss Fredi Bobic trotzdem mehr Respekt vor ihm haben, weil trotzdem Alex Meyer zu dem Zeitpunkt, Stand heute, größer ist als Fredi Bobic. Auch mehr verdienstet als Fredi Bobic bei Eintracht. Und ich finde, da fehlt mir ein bisschen der Demut, zu sagen, okay, Digga, wir planen nicht mehr mit dir, aber lass uns bitte einen Weg finden, wie, ja, wir lassen dir die Kommunikation, überlassen dir vielleicht die Kommunikation. Zu sagen, okay, Meyer erzählt dann, obwohl es vielleicht nicht stimmt, aber erzählt in der Öffentlichkeit, dass er selber gehen wollte. Sowas, dass die Fans auch nicht ausrasten. Aber diese Nummer, diese kühle paar Videos raushauen und ha, ha, ha. Ja, die Videos auch gleich, gleich raushauen. Ja, genau, die schon fertig waren. Ja, also das ist wie ein Nachruf, der schon seit drei Jahren in der Schublade liegt. Genau, und das ist halt einfach mega uncool. Das ist kein Gefühl dabei. Und das wirkt dann auch nicht mehr authentisch. Da brauche ich keinen Drei-Minuten-Rückblick, wenn der schon die ganze Zeit in der Schublade liegt. Nee, Leute, you're doing it wrong. Du musst schon das Gefühl mitnehmen, wenn du halt auf diese Schiene gehst, wenn du dann auf diese Emotion, ach gut, der Alex, dann musst du es auch so verkaufen, aber auch smarter verkaufen. Und das funktioniert nicht. Und da hat für mich ein bisschen der Respekt gefehlt. Ich glaube, das hat auch Alex Meyer einfach, fand er, glaube ich, auch einfach mega uncool. Und das finde ich auch in Ordnung. Und deswegen gab es halt auch den Protest von 500 Leuten, die dann, oder was weiß ich, 500 Leute waren, aber von Leuten, die gesagt haben, ach, da gehe ich halt hin und bin halt dagegen. War ja eher ein Spaßprojekt, was sich dann daraus gebildet hat, oder ich glaube, es war eher ein Spaßprojekt gedacht und wurde dann zu einer mehr oder weniger ernsthaften Demonstration. Ja, immerhin, aber immerhin siehst du ja dann dadurch, dass es Leute gab, denen das was bedeutet hat, denen auch Alex Meyer was bedeutet hat und wo die Eintracht offensichtlich Dinge nicht richtig gemacht hat. Sonst wären die nämlich nicht hingegangen. Und ich denke, das ist schon etwas, was man nicht wegignorieren sollte. Und das muss die Eintracht sich hinter die Ohren schreiben, denn im Zuge einer weiteren Professionalisierung, Vermarktung und so weiter und so fort, ist es ganz essentiell. Und das erleben wir natürlich auch bei der deutschen Nationalmannschaft, das Gefühl für gewisse emotionale Momente nicht zu verlieren. Sonst wirst du zu einem Roboter, wie Bassi das letztens erwähnt hat, wie Bierhoff der versucht, Mensch zu sein. Und wie so ein Alien, der Menschen imitiert. Und das bringt dich nicht weiter. Ja, vor allen Dingen auch dieses... Das war der Jesper, das war der Jesper. Ja, das ist der Jesper als Gemeinde. Grüße. Halt auch die Art und Weise, wie ich kommuniziere und mit wem ich kommuniziere, das gehört da ja auch nochmal so ein bisschen dazu. Und ich glaube, da haben wir auch so ein bisschen Luft. Ja, ich finde, diese Medaille hat trotzdem zwei Seiten. Weil diese Vorwürfe, die dann im Zuge dessen kamen und unter anderem auch auf dieser Gruppe, ich nenne es trotzdem mal skurrilen Demo, zumindest skurril von den Leuten, die dort gesprochen haben, sage ich mal. Weil da sind Sachen gesagt worden, die sind schon dann arg populistisch und übertrieben. Wo dann irgendwie Rücktritte gefordert werden und sie haben Eintracht Frankfurt nicht verstanden, bla bla bla. Ich finde trotzdem, da muss man auch Maß halten. Man kann sagen, okay, das ist scheiß kommuniziert, wir verlieren unseren Alex Meyer. Aber so krass auf die Verantwortlichen loszugehen, habe ich dann auch nicht verstanden. Weil im Endeffekt trotzdem, ja, wie soll ich sagen, die müssen es trotzdem verantworten. Die müssen sagen, okay, wir haben einen anderen Plan und die können das machen. Man kann denen vorwerfen, dass sie das scheiße kommuniziert haben, aber die Tatsache, dass sie ihn nicht mehr weiterverpflichtet haben, die muss man zumindest, man muss es nicht verstehen, aber man muss es akzeptieren dann. Und das finde ich ist teilweise nicht geschehen, da sind einige Üble. Und jetzt auch wieder, das will ich allgemein mal hier schnell sagen. Ganz ehrlich, wir haben den Pokal geholt, den fucking Pokal. Und ich bin der Erste, der Fredi Bobic kritisiert hat, also hat er hier noch nicht mal einen Furz gelassen. Das kann ich auch verstehen und ich bin ihm auch noch skeptisch gegenüber. Aber Leute, wenn der wirklich gute Arbeit leistet, die nachweislich auch irgendwo sich niederschlägt, dann muss man aber auch trotzdem mal ein bisschen die Demut haben zu sagen, Leute, diese Verantwortlichen haben uns diesen unfassbaren Moment geschenkt. Das haben die auch, weil die mitgearbeitet haben da dran. Da würde ich mir wünschen, dass, wenn jetzt, keine Ahnung, Mascarell, Wolf und Boateng gehen, dass ich keine Sachen lesen muss wie, ja, mein Pokal-Dings ist schon wieder weg, die Eintracht steigt ab und alles scheiße. Ich meckere sehr, sehr gerne und bin da auch mit vorne dabei. Das wisst ihr. Aber wenn ein Pokalsieg nach 30 Jahren, der auf diese Weise mit diesem Gatschinovich-Show zustande kommt, nicht dafür sorgt, dass bei dem einen oder anderen ein bisschen Wut aus dem Körper rausfleucht, dann sollte man vielleicht andere Ursachen finden. Vielleicht ist dann einfach nicht der Wutfaktor. Weil das fällt mir in letzter Zeit ein bisschen krasse auf. Und wie gesagt, ich bin einer der Ersten, der mitmeckert, wenn irgendwie Scheiße am Laufen ist, vielleicht manchmal auch übertrieben, vielleicht auch irrational. Aber das hat mich, nicht bei dem Einzelnen selber, aber in der Masse, was ich gelesen habe, das hat mit Meyers, Dings, mit Meyers, ja, Abschied angefangen. Und setzt sich jetzt fort, weil er Prinz geht und mit Wolf. Klar sind das alles Sachen, aber dass das in einer Drastigkeit ist, wo ich bei vielen das Gefühl habe, dass komplett der Pokalsieg egal ist und dass die Entwicklung, die der Eintracht trotzdem genommen hat, auch egal ist, finde ich krass übertrieben. Es ging auch da so ein bisschen schnell, wie schnell dann die Freude da jetzt auch weg war. Ja, und vor allem auch der Hass wieder da war, wo ich mir denke, es scheint Leute wirklich zu geben, die denken, okay, Pokal, cool, aber warte mal, ich stürze mich auf das Allernächste, was mir nicht passt. Und das hat mich ein bisschen erschrocken und ja, mildert die Kritik von den Leuten zumindest auch so ein bisschen ab, weil die scheinbar wirklich dann ein Ventil für andere Sachen suchen. Ich muss sagen, wir hier gerade im Eintracht-Podcast, wir sind alles andere als unkritisch der Eintracht gegenüber, aber ich finde trotzdem, dass man wirklich zumindest jetzt, wenn es um Transfers geht und alles mögliche, abwarten muss. Was ist, also wisst ihr, was ich meine? Wir können immer am 31.8 noch sagen, und das haben wir auch oft gemacht, haben wir auch oft gesagt, alter Leute, wie könnt ihr keinen Sechser holen, wie könnt ihr keinen Innenverteidiger holen? Und das ist ja auch ein paar Mal sogar eingetreten, was wir befürchtet hatten, wo wir dann dachten, ja Leute, so sieht es nämlich aus, jetzt haben wir nämlich den Innenverteidiger nicht. So, aber jetzt schon wirklich so ins Blaue hinein zu haten, das finde ich an gewissen Stellen übertrieben, wollte ich hier nur kurz erwähnt haben, sorry, Grüße. Ja, es ist halt, wie gesagt, auch einfach unnötig, weil wir haben jetzt erst den 4.7. Ich verweise immer wieder darauf, aber es ist halt so, einfach mal die Kirche im Dorf lassen, es gibt viele Veränderungen und denen werden wir uns auch noch im weiteren Verlauf dieser nächsten Monate irgendwie stellen müssen. Da ist auch vieles Unglückliches dabei und wenn aber am 30.8. wir nur Leute verkauft haben und wir gefühlt haben oder gefühlt nur potenzielle Zweitligaspieler verpflichtet haben, dann können wir uns immer noch drüber aufregen. Aber bis dahin sollten wir ein bisschen Zeit haben und gleichzeitig ist eine rationale Kritik ja auch immer sinnvoll, deswegen haben wir auch durchaus die Eintracht dafür kritisiert, dass sie halt einen sehr, ja, ein bisschen fast unanständigen Umgang mit Alex Meyer gehabt haben. Und das muss in Zukunft halt trotzdem besser werden, ne? Ja. Speaking von nur Verpflichtungen von nahezu Zweitligaspielern, wir haben auch eine fixe Verpflichtung noch auf dem Zettel mit Nikolai Müller und dann gibt es noch diesen Lucas Toro aus der zweiten spanischen Liga, der ja auch quasi so auf der Zielgeraden ist, wo es aber noch kein finales Announcement gibt, weil die Tinte unter dem Vertrag noch nicht trocken ist. Das sind ja so die zwei Zugänge, die wir jetzt bislang haben. Und was man so aus der Pressekonferenz und aus dem Kicker entnehmen sollte, könnte es durchaus sein, dass bis Ende der Woche noch der ein oder andere Spieler announced wird und dann vielleicht sogar schon mit ins Trainingslager fährt. Mhm. Das ist schön. Ja, genau. Also, ähm, wir fangen an, du hast der Müller schon genannt, Nikolai Müller, ist eine Verpflichtung. Also, grundsätzlich fand ich den Spieler immer ganz gut. Ich fand, es war auch einer der wenigen Highlight-Spiele, die mir beim HSV, auch in der Zeit, in der es nicht so gut funktioniert hat, ganz gut gefallen haben. Jetzt in den letzten Saison, äh, in den letzten Spielen dann auch wieder besser gespielt. Mhm. Ähm, wenn er fit war, ich würde trotzdem sagen, also, also, was Gute ist, also, um es mal gut zu formulieren, ist halt ein Spieler, der lustigerweise auch wirklich eine Eintrittsvergangenheit hat und auch sogar nicht nur so eine Alibi-Eintrittsvergangenheit, sondern auch Balljunge war. Ich glaube, war der nicht Balljunge bei dem Übersteiger-Tor von, ähm, von, äh, hier, wie heißt er, von Fjörthorff? Fjörthorff. Ich glaube, ich glaube, das war da. Also, dass er Balljunge ja war, weiß ich, aber ob es das Spiel war, weiß ich jetzt. Ich weiß jetzt nicht. Vielleicht vermische ich das jetzt auch gerade in meinen Gedanken, aber auf jeden Fall hat er ja wirklich eine emotionale Komponente zur Eintritts. Das kann ja auch nicht verkehrt sein. Wie gesagt, ein Spieler, Nikolai Müller, in seiner Best-, zu seiner besten Zeit, wäre schon sehr geil. Ob er da hinkommt, da muss er hart arbeiten, aber dann wäre es ein Gewinn. Ansonsten ist es aber, allein aufgrund der Tatsache, weil er ablösefrei ist, keine so schlechte Verpflichtung. Ja, will ich auch sagen. Also, das finde ich auch. Also, ich finde, A, ist er ablösefrei. B, weiß ich nicht, will ich Spieler ungern bewerten nach ihrer Zeit beim HSV? Also, sowieso, das ist so ein bisschen für Spieler, was Schalke für Trainer ist, ist der HSV für Spieler. Also, du weißt nicht genau, an wem das gelegen hat dann. Ja, und ich erinnere mich dran, dass wir hier über Müller auch schon mal diskutiert haben und wie eigentlich traurig waren, dass wir ihn eben nicht aus Mainz holen konnten, weil wir da HSV mehr Geld hatten als wir. Also, es ist trotzdem ein Spieler, den wir halt mit Verspätung jetzt holen. Ja, und wenn er das bringen kann, meine Güte. Also, da bin ich, es ist mit Sicherheit jetzt nicht, ich hoffe nicht, dass das unser Königstransfer ist, aber das sehen die Verantwortlichen, glaube ich, auch nicht so. Also, es ist einfach nice to have und ich bin damit zufrieden und er kriegt von mir eine faire Chance, weil er auch flexibel einsetzbar ist. Von daher, guter Transfer, finde ich. Ich habe gerade eben nochmal nachgeguckt, es war das 6-3 gegen Reutling. Ach, das war's, ja, okay, alles klar. Na gut, das hätte auch, glaube ich, nicht gepasst, weil er wäre eigentlich viel zu alt wahrscheinlich. Das ist mir aber auch erst im Nachhinein eingefallen, dass das alterstechnisch nicht so ganz hinkommt, aber... Ja, naja, gut, wenn man so alt ist wie ich, da vermischt man Zeit und Raum und auch gewisse Jahre. Insofern ist das auch egal. Aber trotzdem, wie gesagt, eine ganz ordentliche Verpflichtung. Auf jeden Fall ein cooler Backup. Wir haben gleich zwei Torhüter verpflichtet. Über Renault haben wir ja schon wortreich in den vergangenen Ausgaben öfter mal gesprochen. Jetzt kam ein zweiter Backup dazu und das finde ich mega geil. Ja, das finde ich mega gut. Wiedwald kehrt zurück an den Main. Das ist ein Spieler, der schon mal eine gute Halbserie hatte. Als er, glaube ich, was war das, muss er, wen musste er ersetzen? Ich glaube, Radetzky musste er ersetzen, ne? Oder? Ich weiß nicht. Oh Mann, ey, ich bin heute so müde. Ne, Quatsch, hat nicht Radetzky ersetzt, sondern als er für Trapp ins Tor gegangen ist. Und das hat er ja richtig gut gemacht, ist ja dann auch gewechselt, weil er halt nicht der erste Torhüter hätte werden sollen, sondern stattdessen Radetzky geholt wurde, ist dann halt, wie gesagt, nach Bremen gegangen, war jetzt zuletzt in England unterwegs bei Leeds in der zweiten Liga, hat dort anfangs sehr gut gespielt, die zwischenzeitlich Probleme bekommen, deswegen auch seinen Wechselwunsch zurück in die Bundesliga. Das hat er jetzt gemacht mittlerweile, aber trotzdem eigentlich als nur Nummer zwei bei der Eintracht. Trotzdem für mich eine super Sache, denn ich glaube, dass Wiedwald definitiv ein Spieler ist, den du reinwerfen kannst, wenn es notwendig wird. Und es ist für mich ein bisschen besseres Gefühl als mit Zimmermann, den ich aufgrund seiner letzten Spielzeiten, auch bei anderen Vereinen, nicht wirklich als adäquate Nummer zwei gesehen habe. Und dementsprechend bin ich jetzt beruhigt. Dann hast du halt mit Renaud als Eins, mit Wiedwald auf der Zwei und auf der Drei dann immer noch den Zimmermann. Drei gute Torhüter, drei ordentliche Torhüter, mit denen du gut was machen kannst. Ja, ich denke auch. Also ich finde, unsere beiden Ersatzhüter sind aber, auch vom Typ her, da wird keinen Stress geben. Wiedwald kennt so ein bisschen den Verein, also da kann ich nichts mehr hinzufügen, dem, was der Marvin gesagt hat. Ja. Und was ist hier mit dem Spanier? Ich muss zugeben, ich habe von dem das erste Mal eben gehört, als jetzt die Gerüchte aufkamen und gesagt worden ist, dass das irgendwie nahe zu fix ist. Da gab es ja noch so ein bisschen Schwierigkeiten mit den Transferanteilen. In den ersten Berichten stand ja irgendwas drin, von wegen, dass es so eine 50-50-Geschichte mit Real wäre. Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, dann ist das nicht so, sondern wenn wir ihn verpflichten, dann haben wir quasi 100 Prozent der Transferrechte an dem Spieler, wenn wir ihn dann weiter verkaufen. Aber mehr habe ich jetzt von dem noch nicht wahrgenommen. Hatte den von euch einer auf dem Schirm bislang? Nee, also ich glaube, das würde sich auch ein bisschen komisch anhören, wenn jetzt einer von uns sagen würde, ja, ja, den habe ich 30 Mal spielen sehen. Du, ich meine, wenn Axel hier permanent irgendwie die österreichische zweite Liga schaut, kann es ja auch sein, dass einer von euch ständig die spanische zweite Liga schaut. Wobei soll ich das denn wissen? Nee, aber ich finde trotzdem, dass man mittlerweile durch das neue Internet, was es da so gibt, kann man sich trotzdem gut informieren, weil du dann auch, wenn man Leute im Freundeskreis hat, die das spanischen mächtig sind, Grüße an Julian, da kannst du ja schon so ein bisschen tief eintauchen, also um zumindest so einen groben Überblick zu bekommen über einen Spieler, was zumindest seine Stärken und Schwächen zu sein scheinen. Also natürlich weiß man das nicht, man weiß nicht, was für ein Typ das ist, aber was man bis jetzt so liest, das ist alles eine ziemlich runde Sache. Und wenn ich die Aussagen ergänzend von Hübner dazu höre, dass man, wenn man ihn holt, dann nur zu 100 Prozent, wenn das stimmt und ohne Ausstiegsklausel, ohne Rückkaufkram, dann bin ich da dabei. Wenn für dreieinhalb Millionen einen jungen Spanier, der technisch angeblich sogar besser als Mascarell sein soll, der ziemlich groß gewachsen ist, trotzdem eine gute Technik hat, auch Innenverteidiger spielen kann, dann ist das ein Transfer, wo ich sage, da vertraue ich den Leuten, die ihn wahrscheinlich wirklich viel, 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 viel besser beurteilen können als ich. Klar ist das auch immer eine Wundertüte wie jeder Transfer, aber das ist keiner, den ich von vornherein ablehnen würde, was für Transfers würde es natürlich auch geben. Also dass man denkt, mit der Kröte will ich nichts tun haben. Er gehört da nicht dazu. Er klingt, nach dem, was ich so ein bisschen mit meiner Semi-Recherche rausgefunden habe, klingt er sehr vielversprechend. Ich würde ihm jetzt nicht aufbürden, zu sagen, okay, du musst Mascarell komplett ersetzen, so vom Spielertypus, sondern ich würde ihm auch, wie allen Spielern eigentlich fast sogar ein Jahr geben. Zu sagen, hier, wenn er jetzt in der ersten Saison 14 Spiele macht oder so, ein bisschen in der Europa League mit rumturnt und sich so ein bisschen anders spielt. In der Bundesliga, was sich natürlich von der spanischen 2. Liga ein bisschen unterscheiden wird, wenn er sich daran gewöhnt, dann kann das eine runde Sache werden. Und wie gesagt, wenn wir wirklich 100% Transferrecht an ihm halten, dann bin ich der Erste, der sich überhaupt darüber erstmal freut. Ja, ich finde es insofern ganz gut, weil es scheint ein Spieler zu sein, der eine gewisse gute Grundkonstitution zu haben scheint. Also nicht großartig verletzungsanfällig. Er hat in der letzten Saison 37 Ligaspieler. Er macht das ja in der Mörderliga, die zweite spanische Liga. Und wie gesagt, da auch ein paar Assists gegeben. Es scheint trotzdem ein relativ fairer Spieler, trotz der defensiven Mittelfeldposition, die er begleitet, zu sein. Also finde ich, hört sich alles ganz gut an, wenn man sich dann auch mal ein bisschen rumschaut. Und da gibt es ja doch wieder den einen oder anderen geilen Freak, der halt auch die zweite spanische Liga gut im Blick hat. Und da habe ich schon ein paar Leute gehört, die gesagt haben, das ist ein richtig guter Junge. Das ist halt mit den 1,90 m auch echt jemand, der trotzdem einen ganz guten Ball spielen kann. Ehemaliger U19-Nationalspieler Spaniens. Also das finde ich gar nicht so schlecht. Und ich denke, die Eintracht kann hier vielleicht den nächsten Coup gelandet haben. Jemand, der nicht im Blickfeld war und wahrscheinlich trotzdem noch eine akzeptable Ablösesumme, mit einer akzeptablen Ablösesumme zu haben ist. Und das ist doch geil. Ja, das ist alles richtig. Was mich in der Kommunikation in der Tat so ein bisschen gestört hat, das war ja, dass was Basti jetzt auch gerade so ein bisschen so hat anklingen lassen, dass man ihn halt schon direkt so in diese Schiene Mascarell-Ersatz, Mascarell-Nachfolger geschrieben, gesprochen hat. Damit schiebt man ihn natürlich auch wieder in so eine Richtung und baut da Druck auf den Spieler auf, wo ich nicht glaube, dass er gerade mit dieser Eingewöhnungszeit das irgendwie ab Tag 1 irgendwie leisten kann. Und dann kommen gleich dann wieder die Negativ-Dinger da hinterher. Das finde ich so ein bisschen unfein. Ja, kann ich verstehen. Aber wenn er ein Mascarell-Ersatz für die letzte Saison ist, das heißt, er soll nur neun Spieler machen, dann ist das doch einigermaßen akzeptabel. Ja, das ist richtig. Aber wenn da Mascarell-Ersatz geschrieben wird, dann denkt keiner an, das waren nur neun Spiele, sondern das Gesamtbild. Also diese Relation macht ja an der Stelle leider keiner. Das ist ja immer das Problem. Schauen wir mal. Dann schauen wir doch mal, was da bis Ende der Woche noch kommt. Also wie gesagt, die Aussage war, da kommt noch was. Die Rede war von noch zwei bis drei Spielern. Wobei ich jetzt nicht rauskriegen konnte, ob noch jetzt heißt inklusive dem Toro oder halt wirklich noch zusätzlich, weil zusätzlich finde ich dann schon irgendwie nochmal so ne Nummer. Aber es wäre ja dann auch gut, wenn die dann in der Tat vielleicht sogar schon ins Trainingslager mitreisen können oder relativ kurzfristig noch nachreisen können. Damit ist aber auch klar, dass das dann vermutlich keine aktuellen WM-Spieler sind. Die Rede war offiziell von werden angekündigt. Das heißt, da wird es dann Fotos und Dings geben. Und das heißt, die müssen ja da irgendwie in Frankfurt rumtun. Schauen wir mal, was da noch passiert. Ich bin gespannt. Ich würde gerne einen Namen in den Raum werfen. Ja, dann werfen Sie. Wollte ich jetzt auch gerade machen. Okay, dann erst mal. Ich bin gespannt. Vielleicht ist das so der gleiche. Sicher? Ja, gut. Ich meine, ja, ich weiß gar nicht, ob es der gleiche ist. Also ich meine, was ich jetzt, wo wir jetzt auch hier bei Twitter eben schon angesprochen wurden, was ich natürlich grundsätzlich ganz interessant finde. Nee, nee, den meine ich gar nicht. Ich glaube den anderen. Aber dann lass erst mal den. Dann lass erst mal Marvin. Ja, also was ich natürlich jetzt ganz lustig finde, da wurden wir jetzt eben angesprochen. Keine Ahnung. Also das geht jetzt hier schon wieder wild. Ich bekomme hier 20 WhatsApp-Nachrichten, dass es anscheinend so wäre, als gäbe es eine Verbindung zu Max Meier, also von der Eintracht zu Max Meier. Das würde ich ja schon reichlich absurd finden. Also natürlich in positiver Hinsicht. Wenn ich mir aber angucke, dass SGE Forever daraus jetzt einen eigenen Post macht. Das geht ernsthaft. Ja, das ist schon, Leute, das ist schon reichlich spekulativ. Ja, nur weil irgendeiner irgendwas geschrieben hat. Also die Story, so wie ich sie verstanden habe, ich habe sie jetzt auch gerade eben erst nachgelesen, weil das an mir tatsächlich total vorübergegangen ist, hat er halt einfach nur irgendwas mit Eintracht getwittert und hat diesen Tweet danach gelöscht. Und deswegen wird er quasi jetzt als neue Verpflichtung bei der Eintracht geschrieben. Er hat auch nicht nur Ed Eintracht. Also das war nur, da stand gar nicht drin. Er hat nur Ed Eintracht getwittert und großartig. Das hätte ja auch genauso gut, hätte er vielleicht einen persönlichen Spieler ansprechen wollen, so von wegen nice Frisur oder so. Vielleicht wollte er Ed Eintracht, Ed Marco Russo oder so schreiben, weißt du? Und dann wäre die ganze Aufregung umsonst gewesen. Also ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass da Twitter allein dafür zuständig ist, die Transfers fix zu machen. Wir behandeln das jetzt nochmal ganz kurz. Wenn da natürlich was dran wäre, wäre das, glaube ich, kein Nachteil. Wenn der Spieler einigermaßen klar im Kopf ist, das ist halt das größte Problem, weil diese Beratesituation, die finde ich reichlich windig. Also da müsste man ihn auch wieder, wäre der nächste Spieler, den man auch wahrscheinlich einordnen müsste. Aber lass uns gleich zu seriösen. Ja, aber ganz kurz, also ich will auch nochmal sagen, also wenn da wirklich die Möglichkeit besteht, ihn zu kaufen, da würde ich mich fast sogar beteiligen, indem ich ihn abhole. Also das ist schon ein Spieler, den kriegen wir eigentlich nicht und der nur zu uns kommen würde, ein Prozent Wahrscheinlichkeit, weil er sich verpokert hat und die zweite Chance würde ich ihm auch geben. Gut, aber Marvin es hat angesprochen, ich glaube, das ist dieselbe Beraterfirma wie Wolf. Da wollte ich gerade nachgucken. Würde er, ich glaube, das ist auch Rogon, oder? Ich will gerade nachgucken, aber das Ding ist, ich glaube, wenn wir den bekommen, dann kriegt er auch eine Ausstiegsklausel, wo dann eine ganz niedrige Summe drinsteht. Der würde sich wahrscheinlich dann bei Eintracht ein Jahr empfehlen wollen. Aber gut, das würde ich, das ist aber genau so, was wir eingangs gesagt haben. Das ist ein Qualitätsspieler, da würde ich das in Kauf nehmen. Zu denken, okay, wenn ein Spieler von der Qualität von Max Meier zu uns kommen würde, dann würde ich die Kröte fressen sagen, dass er halt nächstes Jahr für fünf Millionen dann geht, wenn er sich hier wieder ein bisschen beruhigt hat. Ist er wahrscheinlich auch sehr, sehr unrealistisch und nur durch diesen kleinen, merkwürdigen Zufall. Und wir wissen ja nicht mal, ob der Tweet echt war. Also es kann ja sein, man kann ja auch Screenshots fälschen. Aber der ist doch aktuell vereinslos, oder? Ja, der ist aktuell vereinslos, genau, weil er sich halt auch da schon ein bisschen ins Aus geschossen hat. Ja, genau, ich wollte jetzt nur noch mal meine Gedanken verfestigen, weil Basti die ganze Zeit von kaufen gesprochen hat. Da dachte ich so, ne, der ist jetzt auf Vereinssuche und der muss jetzt erstmal reden. Ich habe nicht gesagt kaufen, ich habe gesagt, dass wir wahrscheinlich ihn nur kriegen, wenn wir da auch eine Augstiegsklausel reinschreiben, dass er ein Jahr bei Eintracht vielleicht spielt, um sich wieder zu beruhigen und wir den am nächstes Jahr dann für 4 Millionen gehen lassen müssen. Also das ist kein, der wird hier keinen 5-Jahres-Vertrag unterschreiben, wenn er wirklich, wie gesagt, sehr hilft. Ist halt auch die Frage, ob man das dann haben will. Bei seiner Qualität würde ich ja sagen. Ja, Qualität und Verhalten ist ja dann auch nochmal was anderes. Aber gut, wir haben, und da haben wir halt natürlich jetzt auch, wenn wir jetzt hier wieder auch mal über den neuen Trainer sprechen wollen, können wir ja auch mal, haben wir ja jetzt noch gar nicht gemacht, ne, großartig. Aber wenn du da natürlich sagen würdest, genau, wenn du da natürlich sagen würdest, guck dir Hütte an, ich glaube, das ist jemand und das ist halt so ein ganz guter Punkt. Wir müssen jetzt sowieso sehen, dass wir uns anders in diese Saison hinein brutalisieren. Die Sache ist, es ist ganz klar, dass es viel Wechsel gibt, es ist klar, dass es ein neues, vielleicht ein neues System geben wird. Es war früh klar, dass wir einen neuen Trainer bekommen. Aber genau das, genau darin jetzt, auch wenn Boateng weg ist, liegt auch ein bisschen eine Magie, eine Chance zu sagen, wir schwimmen nicht weiter in der Suppe des vergangenen Jahres, in der ehemaligen Erfolgssaison, sondern müssen gleich neue Akzente setzen, müssen gleich neue Reizpunkte setzen und dadurch ist, oder dafür ist Hütter wahrscheinlich ganz gut da und ich glaube, dass Hütter auch jemand ist, der schon strikt und streng sein kann. Ja, deswegen mit seiner Triller Pfeife heute da gleich unterwegs gewesen. Ich glaube, das ist ein Spieler, ein Trainer, der nah am Spieler ist und insofern glaube ich, kann es echt gut sein, dass wir auch einen Wechsel haben, um diese Ziele, die wir jetzt haben, Klassenerhalt auf der einen Seite, möglichst weit kommen in der Europa League zu erreichen. Ja, man muss ja auch mal sagen, ich glaube, wenn wir über Ante Rebic geredet hätten, zu einer Zeit, wo er bei Florenz und Leipzig dann war, da wäre auch keiner zu dir gekommen, er hätte dich nicht vor ihm gewarnt. Also, man muss auch gucken, dass es oft Spieler gibt, also, die sich dann auch, keine Ahnung, die vielleicht, für die vielleicht so ein Erlebnis auch irgendwie prägend ist, zu sagen, okay, scheiße, ich kann es halt manche Dinge nur bis zu einem gewissen Grad treiben. Also, ich würde nie einen Spieler verteufeln, der woanders mal Probleme hatte. Klar kannst du dann auch, aber das ist ja trotzdem für einen Verein, wie die Eintritt auch eine Chance. Bremen hat daraus mal ein Geschäftsmodell gemacht, was die Champions League geführt hat. Also, die haben auch viele schwierige Typen verpflichtet. Du musst dich halt um diese Leute kümmern und das ist die Frage, der Marvin hat es gesagt und da kenne ich den neuen Trainer noch nicht gut genug. Ich weiß es nicht, angeblich soll er wirklich auch nah am Spieler sein, der auch Begleiter sein will. Das kann nur gut sein, weil die Eintracht immer darauf angewiesen ist. Die Eintracht kann niemals und die Eintracht hat das ja unter Fee zum Beispiel probiert, einfach den Spielern komplett zu überlassen, ob sie Leistung bringen oder nicht und wenn sie unterfunkeln genauso und wenn sie es nicht machen, dann machen sie es halt nicht und dann sind sie wieder weg. Das geht nicht, finde ich. Also ich finde nicht, dass du als Eintracht Frankfurt irgendwie Spieler verpflichten kannst und dich dann nicht darum kümmern kannst und von denen erwartest, dass sie eigene Initiative haben. Klar brauchen das Spieler auch, aber ich glaube, ihr wisst ungefähr, was ich meine. Das heißt, du musst als Eintracht Frankfurt trotzdem so ein bisschen auch in so Leute wie Ante Rebic investieren. Das geht dann wahrscheinlich auch vom Taktischen ein bisschen weg und geht ins Persönliche rein. Das musst du halt machen. Das müssen Vereine mit mehr Geld nicht machen. Die können Ante Rebic holen, wenn er nicht funktioniert, schicken die die wieder weg. Das können wir aber nicht machen und ich finde, wenn wir jetzt bei der Art Spieler Max Meier sind, ich würde ihm die Chance geben, auch wenn viele Leute auf ihn schimpfen, weil keiner von uns weiß genau, was da gelaufen ist und Heidel ist glaube ich auch nicht die einfachste Kerze auf dem Kuchen. Also von daher, müssen wir mal schauen. Ich bin, aber wenn ich jetzt eigentlich reinwerfen wollte, bevor wir vielleicht ein bisschen über den Trainer reden, ich hätte irgendwie Bock, weil er glaube ich auch noch drei gute Jahre drin hat, aber so ein bisschen abgesagt ist. Genau, wie du meinst. Ich finde glaube ich, dass Nuri Sahin einer wäre. Oh, okay. Wen hast du jetzt gedacht? Ne, ja, machen wir erstmal Nuri Sahin, okay. Das ist aber, kommt out of the blue bei mir. Ja, deswegen, ich weiß nicht, ich habe irgendwie das Gefühl, dass die Geschichte für ihn in Dortmund zu Ende erzählt ist, dass Dortmund jetzt auch irgendwie was Neues macht, aber ich finde, dass er zumindest von der Prozentzahl eine ähnliche Mentalität in die Mannschaft bringen kann, wie der Prinz, natürlich nicht so laut. Also Sahin ist glaube ich eher ja so, keine Ahnung, Typ Philipp Lahm vielleicht, aber das kann dir auch helfen. Also das ist ein Spieler, glaube ich, trotzdem, der gut fürs Binnenklima ist. Ich glaube, das ist ein geiler Typ, der ist fußballerisch, der war natürlich zu der Zeit, bevor er zu Real gewechselt ist, war der der beste Bundesliga-Mittelfeldspieler, brauchen wir uns nichts vormachen. Also es war der beste Sechser in der Bundesliga, der dann natürlich durch seine Erfahrungen Real und wie es in Dortmund gelaufen ist, mit dem Trainerwechsel dann auch, der so ein bisschen immer sich auch durchkämpfen musste und ich glaube, aber wenn, und da kommen wir jetzt wieder zum Phänomen Rebic, ich glaube, um das bei ihm zu bekommen, darfst du ihn nicht einfach so verpflichten und ihn dann da mitlaufen lassen, sondern du musst ihn anrufen und sagen, ey, wir haben Bock auf dich, glaubst du, dass du es nochmal hinkriegst, wie man das, glaube ich, mit dem Prinz auch gemacht hat. Also beim Prinz wusste man ja auch nicht genau, kriegt er das nochmal auf die Straße und da muss man investieren und ich glaube, wenn du in Nuri Sahin ein bisschen Geld und Zeit und Aufmerksamkeit und irgendwie eine Idee, sage ich mal, investierst, dann könnte das irgendwie ein Spieler sein, der dir diesen Maschinenraum echt gut strukturiert und der auch in der Kabine ziemlich wichtig sein kann, weil ich glaube trotzdem, dass das ein geiler Typ ist und der, ja, weiß ich nicht, zur Eintracht passen würde auch, finde ich. Also das ist so, da gibt es keinerlei Gerüchte, bevor das jetzt hier die Leute denken. Keiner, ich will nur sagen, wenn ich mir überlege, wen ich so gerne hätte, dann würde ich ihn dazu zählen. Grüße, Nuri. Free Nuri. Ja, also finde ich grundsätzlich mega smart, weil ich denke, dass Nuri Sahin auch einfach ein smarter Spieler ist. Also es ist ein intelligenter Fußballer, es ist jemand, der schon relativ um sich in gewissen Situationen umgeht. Ich glaube, supportet ja auch die ganze Kampagne von Subotic. ich finde, das ist fast ein eher wichtiger als Typ, als Spieler und wenn du den aber bekommen könntest, wenn es da irgendwelche Möglichkeiten gibt, ich weiß auch, dass, glaube ich, die Zeit bei ihm in Dortmund vorbei ist. Es gibt ja auch Gerüchte, dass er in die Türkei wechseln soll, aber wenn wir da irgendwie ein paar Prozent irgendwie, ja, oder was heißt Prozent, aber wenn wir da irgendwie unseren Hut in den Ring werfen könnten, würde ich auf jeden Fall unterschreiben. Jemand, den ich auch noch irgendwie so ein bisschen im Umfeld höre und nicht komplett ausschließen würde, ist jemand, der nicht ganz so viele Jahre wahrscheinlich mehr hat, aber für gerade diese Transitionszeit jetzt in der Europa League interessant sein könnte und zwar Benedikt Tövides. Habe ich jetzt letztens gehört, dass der auch einen neuen Verein sucht, Tövides, ehemaliger Nationalspieler, auch Weltmeister geworden und auch hat ja auch Stamm gespielt bei der Weltmeisterschaft 2014, für mich ein Spieler, der immer noch ein Typ ist, mit dem man glaube ich oder an dem sich gewisse Spieler aufrichten, auch aufgrund seiner Erfahrung, nicht total der Lautsprecher und auch ein smarter Typ und ich glaube in der Endverteidigung immer noch eine gute Nummer. Also das finde ich auch geil, also da würde ich auch zu 1000 Prozent mitgehen. Der ist wahrscheinlich ein bisschen teuer für uns, aber vielleicht ist es auch ein Typ Spieler, dem es dann halt nicht auf die ein oder andere Million mehr ankommt, war keine Ahnung. Aber das wäre für mich aber auch einer, der könnte auch innerhalb von zwei Jahren so eine Integrationsfigur werden. Also ich glaube schon, dass das ein Kicker ist, der wirklich einigermaßen fresh in der Birne ist, der auch Qualitäten hat, die mit Sicherheit für uns passen will. Und dann könnte ich mir fast echt eine geile Dreierkette fast vorstellen, je nachdem, was Hütter spielen lassen will, aber will ja flexibel sein, dass du mit Salcedo Höwedes und Abraham da hast. Du hast schon drei Bretter Innenverteidiger. Wenn du dann noch einen Jungen dazu holst, fände ich geil. Also da würde ich auch komplett mitgehen und hoffe, dass das irgendwie realistisch ist, aber das ist natürlich auch. Aber ich finde gut, ich finde aber gut, was du machst. Ja, ich finde gut, was du machst, Marvin, dass wir wirklich auch uns bewusst sind, dass wir eine Euroleague-Saison spielen. Du hast es eben Transitionszeit genannt. Weil das würde ich gerne auch von Eintracht sehen und das ist eine Botschaft, die ich gerne von Eintracht im Sommer sehen würde und da kannst du vielleicht auch mal, weiß ich nicht, da musst du vielleicht auch mal zwei Millionen mehr für einen Namen zahlen, der vielleicht überbezahlt ist. So wie Höwedes zum Beispiel. Da musst du vielleicht wirklich mal in den Apfel beißen, weil du mit Transfers, und wir haben es bei Rebic bei anderen Vereinen gesagt, aber auch bei uns das machen kannst, dass du mit Transfers eine Botschaft raussendest, zu sagen, die Eintracht hat Höwedes Gold, spielt jetzt Euroleague und will diese Euroleague ernst nehmen. Dass wir eben nicht, wie wir es bei der letzten Euroleague-Saison gehabt haben, ja das Einzige, was wir jetzt machen, ist ein paar Netter ausleihen. Also, dass du wirklich auch sagst, okay, wir nehmen das ernst und zu sagen, ey, uns haben Leistungsträger verlassen, aber Pam, da sind vier hoffnungsvolle Spieler und da ist eine Granule dabei. Also ich finde trotzdem, dass du auch um diese, ja, teils nervigen, ja, die Leute, die rumschreien und sagen, dass alles vorbei ist, auch um das Umfeld ein bisschen zu beruhigen. Zu sagen, okay, hier ist ein geiler Typ, der hat schon was bewiesen, der kann Spieler mitnehmen, der kann in der Kabine was erzählen, der kann Leuten erzählen, ey, ich habe auch schon hier und da bei Intermallan 5-2 gewonnen. Das fände ich geil, so eine Nummer. Muss nicht unbedingt natürlich höchstens sein, wenn das nicht real ist, aber so, ich würde mir trotzdem einen Transfer dieser Kategorie wünschen, weil du damit auch zeigst, okay, wir nehmen die Euroleague ernst. Wenn du jetzt wirklich sagst, okay, wir nehmen das hier jetzt mal als, das ist jetzt wieder eine Übergangssaison, bis die Talente sich eingespielt haben, das fände ich das falsche Zeichen, weil, wer weiß, wann wir das nächste Mal Euroleague spielen. Ich habe keinen Bock, dass die Eintracht die Euroleague so betrachtet, ja, das nervt uns eigentlich, aber eigentlich ist es eine geile Nummer. guck mal, wir haben einen neuen Trainer und hoffentlich kommen wir gleich zu ihm. Wir haben einen neuen Trainer, der in seiner ersten Saison viel, viel mehr Spiele hat, um sein System zu implementieren. Das ist doch viel geiler. Also du, das wird auch nicht von jetzt auf gleich gehen. Also, wenn du wirklich den Spielstil der Eintracht umstellst, dann wird das nicht gleich gehen. Und wenn du aber eine Euroleague-Saison dazu hast, hast du mehr Spiele, wo das geht, wo die Automatismen besser sich einspielen können. Und ich hoffe, dass die Eintracht, ich glaube es aber auch. Ich glaube, also ganz ehrlich, und das sage ich jetzt, wenn die Eintracht diesen Pokalsieg mit der jetzt damit verbundenen Europa-League-Teilnahme nicht ausnutzt, dann weiß ich nicht. Also das wäre ein sehr entscheidender zwei Jahre. Das will ich jetzt hier mal nochmal als Statement rauslassen, weil wenn, nee, aber gut, ich will es denen auch gar nicht unterstellen. Aber ich wollte es nur mal gesagt haben. Grüße. Ich sehe das alles noch relativ positiv. Ja, muss ich sagen. Ja, weil ich glaube, ich meine, wir sind direkt in der Euroleague. Wir haben halt nicht erst diese Qualifikation, die vielleicht müßig nervig ist, sondern wir können gleich volle Lotte durchstarten. Das ist doch geil. Und ich denke, das wollen auch die Fans und das wollen auch, glaube ich, die Verantwortlichen, weil die Frage stellt sich halt auch immer, ja, Entwicklungszeit, aber für was denn dann? Weißt du, du kannst ja realistisch als Eintracht Frankfurt nur vom einen Europa-Cup zum nächsten denken und definitiv nicht Champions League. mehr als Europa-League erreicht durch einen legendären DFB-Pokal, das muss doch schon mal das 9-plus-ultra sein. Also insofern müssen wir halt auch jetzt wieder abliefern, müssen dementsprechend unser Kader so zusammenstellen und da muss es auch die ein oder andere hochkarätige Personalie geben. Ja, finde ich auch. Gut. Haben wir noch weitere Spieler, die wir, die gerüchtet worden sind oder die ihr in den Ring werfen wollen würdet? Nö, ich lasse mich ansonsten einfach echt überraschen. Ich habe, wenn ich merke, dass so Spieler wie Torre oder Toro ähm, Toro ähm, gehandelt werden, die ich, wie gesagt, ich glaube, ich habe den Typen einmal so wirklich bewusst erlebt, da kann ich halt einfach nichts zu sagen und das ist auch vollkommen okay und wenn das aber in dieser Kategorie weitergeht, dass der Eintracht aus den Tiefen des, ähm, Fußball-Kosmos den ein oder anderen herausragenden Spieler verpflichtet, dann soll das so sein. Dann lasse ich mich während der Saison überraschen. Dann tun wir das, ähm, es hat sich nicht nur bei den Spielern ein bisschen was getan, sondern auch beim Staff, da sind so die ein oder anderen Abgänge auch zu verzeichnen, ähm, einmal der Videoanalyst Marcel Daum, der ja damals mit seinem Vater kam und dann hier als Videoanalyst geblieben ist, wenn ich das richtig verstanden habe, hat er auf eigenen Wunsch gekündigt und wird wahrscheinlich zu Leverkusen gehen. Dann haben wir den Fitnesstrainer Klaus Luisa, wo wir im letzten Jahr oder in der letzten Saison noch gelobt haben oder, ähm, beglückwünscht worden sind, dass wir den bekommen haben. Das war ja der, der von Salzburg nach, ähm, Gladbach gegangen ist und nach dem Weggang, dass es da so ein bisschen Fitnessprobleme gab. Da ist wohl irgendwie der Vertrag ausgelaufen und man hat ihn jetzt nicht verlängert. Und eine Ernährungsberaterin ist auch noch genannt worden, da habe ich den Namen jetzt schon wieder vergessen. Lustig fand ich, dass heute in der Pressekonferenz von Hütter das Thema Ernährung und Videoanalyse von Adi Hütter extrem gelobt worden ist. Okay. Ja, das ist natürlich wirklich merkwürdig zu sehen. Ja, Adis Briefing wohl vorher nicht gelesen, was er sagen sollte und was nicht. Ja, also es ist ein bisschen irritierend, weil gerade der, ähm, Konditionscoach ist ja schon mal von Hütter gegangen worden, ähm, zu der Zeit, als, ja, als er dann genau nach Salzburg gekommen ist, hat er ihn ja auch schon mal, ähm, ja, wie soll ich sagen, gelassen oder beziehungsweise nicht weiter angestellt. Ja, ich, keine Ahnung, ob es da persönliche Animositäten gibt, aber auch da müssen wir einfach mal abwarten, wie das so läuft. Ich weiß jetzt nicht, welchen großartigen Einfluss die Ernährungsberaterin darauf hatte, ähm, wie die, ja, ob, ob jetzt Stendara eine Pizza weniger gegessen hat, nein, Spaß viel. Wahrscheinlich nicht. Aber, ähm, das, keine Ahnung, wenn, wenn, wenn der Trainer, der neue Trainer denkt, dass er das auch so abfedern kann, dann glaube ich ihm, dass man ansonsten wird da irgendwie noch einer dahingestellt. Ja, ich, gerade, das mit dem Videoanalysten, mit dem, mit dem Marcel Daum, muss ich mir allerdings sagen, das hat mich so ein bisschen überrascht, weil du, ich glaube, das ist ja auch nichts Gewolltes, ich glaube nicht, dass, äh, dass die Eintracht das wollte, weil du hast ja in den letzten, in den letzten Jahren immer mal wieder was von Marcel Daum gehört und der hat sich ja wunderbar auch hier reingepflegt und hat auch, ist ja wesentlich, wie gesagt, wesentlich länger geblieben als sein Vater hier bei der Eintracht, das muss man mal überlegen, das war ja auch schon fast dunkle Zeiten, ja, und, ähm, hat einen maßgeblichen Erfolg auch, glaube ich, daran gehabt, dass die Eintracht, ähm, ja, schon den einen oder anderen Punkt mehr geholt hat, als man gedacht hätte. ich glaube, es ist einfach eine neue oder eine Weiterentwicklung von, von Marcel Daum, die wir mittragen müssen, weil wir keine andere Möglichkeit haben. Ja, haben wir nicht noch, wir haben noch drei Videonalysten, Jetzt haben wir halt noch zwei, keine Ahnung, also, ja, er war ja auch so ein bisschen, der das Thema ja da halt reingebracht hat und da so ein bisschen auch der, der, der Frontrunner war. Aber irgendwann kannst du da auch nichts mehr machen, das ist ja eine rein berufliche Entscheidung, wenn du merkst, dass du seit ein paar Jahren bei immer dem gleichen Verein bist und irgendwo, ja, irgendwo erreichst du wahrscheinlich auch in einer Glasdecke, wo du merkst, okay, hier wirklich weiter geht's nicht, kann vielleicht ein paar Euro mehr verdienen, aber ich habe jetzt jeden Grashalm dreimal Video analysiert bei der Eintracht und jetzt brauche ich mal was anderes, vielleicht auch der einen oder anderen Euro mehr oder so, was gibt, Leverkusen wird jetzt auch keinen Hungerlohn zahlen. Dann ist es halt so, die Eintracht muss nur sehen, dass sie genau diese Position dann wieder so besetzt, dass es mal Bundesliga konkurrenzfähig ist. Ja, ich denke auch, ich denke aber, dass das Hübner und Bobic auch im Blick haben, die werden sich jetzt nicht, sagen wir mal, gesetzt den Fall, unser neuer Trainer will hier wieder Thomas Schaaf in Fehlstrukturen einführen, dass sie das nicht zulassen werden. Also die werden nicht sagen, hier geht's raus, spielt's Fußball, so machen wir es nicht, so werden die aber auch den Trainer nicht ausgesucht haben. Was ich nur irgendwie, was ich interessant finden würde, was zwischen diesem Fitnesstrainer und Adi Hütte abgelaufen ist, das ist jetzt schon zum zweiten Mal. Manchmal ist es halt auch in so einem Arbeitsumfeld, dass man halt einfach menschlich nicht zueinander passt. Man hat unterschiedliche Wahrnehmungen oder hat unterschiedliche Herangehensweisen und wird das halt an der Stelle nicht funktioniert. Ich meine, das ist ja auch ohne großen Clinch abgelaufen. So, müssen wir halt gucken, wie es dann gerade aufläuft. Das sind alles Sachen, ähnlich wie bei den Transfers, die können wir nicht abschließend bewerten. Das kann man vielleicht sogar erst nach der Saison bewerten, wenn man sagt, ja hier, so und so hat vielleicht das gefehlt. Klar, wenn man am 20. Spieltag sehen, die Spieler sind irgendwie nach 40 Minuten platt. Alle verletzt, ja. Oder alle verletzt. Oder sonst irgendwie was. Alle zwei Minuten fällt einer um, weil er einen Krampf hat. Dann war es vielleicht einfach scheiße. Das ist es ja. Und der Marvin hat irgendwas mit Stendera und Pizza gesagt. Ich muss sagen, ich glaube, der hat im Sommer nicht so viel Pizza gegessen. Ich kann, Stendera kann auch ein Neuzugang sein. Will ich auch zum Neuzugang dazu machen, weil der sah ziemlich drahtig aus heute. Ja, das war auch so. Dann sind wir, glaube ich, wieder so ein bisschen bei dem Trainer-Thema als weitere Runde. Das war auch eine Frage heute in der Pressekonferenz so nach dem Motto, was ist mit so Spielern wie zum Beispiel Stendera, der ist namentlich genannt worden von einem der Journalisten. Sind die raus oder sind die drin? Wie gehen sie damit um? Und dann hat Ali Hütter gesagt, also erstmal, Bewertung kann ich nicht, weil ich bin jetzt heute den ersten Tag offiziell im Training da. Ich habe als erst mal offiziell mit der Mannschaft gearbeitet. Ich gucke mir die jetzt alle der Reihe nach mal an. Ja, und dann fahren wir ins Trainingslager und dann spreche ich mit den Leuten mal und dann gucken wir uns das in Ruhe an und danach rede ich als erstes mit den Spielern und dann rede ich mit ihnen so mehr oder weniger. Und da muss ich sagen, das ist jetzt erstmal eine ganz klare Vorgehensweise und das klingt für mich auch nach, wer zeigt, dass er will und dass er Bock hat und dass er sich, dass er reinpasst, der hat eine Chance und mit dem Rest spreche ich dann und die sortieren wir dann halt mehr oder weniger aus. Und das ist eine sehr angenehme Art. Ich habe das Gefühl, dass Hütter ein sehr cleaner Typ ist, also der, der schon zwar weiß, was er will, aber jedem auch diese Chance gibt und das ist für mich so ein bisschen Mr. No Bullshit. Der ist, der ist nicht so flashy, der ist jetzt nicht so, der ist wahrscheinlich kein Fünf-Stunden-Laberer, der irgendwie die Welt schön malen kann oder so. Ja, der hört dich vielleicht nicht so in seinen Gesprächen oder in seinen Pressekonferenzen ein, aber das ist so ein, ich glaube ich, klar strukturierter Typ, der genau weiß, was er will und das ist auch nicht verkehrt. Ja, definitiv den Eindruck habe ich nach der halben Stunde Pressekonferenz von heute mal mehr bekommen, ja. Finde ich auch. Ich finde, das ist eine Nummer. Natürlich kann das krachend schief gehen. Es kann sein, dass der überall aneckt und der kriegt die Mannschaft nicht auf den Platz und das Spielsystem passt nicht in die Bundesliga und die Eintracht kämpft gegen den Abstieg und Europa League scheinen mir direkt in der Vorrunde aus. Es kann alles passieren, aber ich finde, das ist ein Unterschied. Also die Anzeichen sind einfach nicht zu deutlich da, als dass man jetzt schon das Recht hätte, das zu kritisieren. Also wisst ihr, was ich meine? Es gibt Vorzeichen, wo man wirklich denkt, ach du liebe Zeit, Armin Fee zurückzuholen, das ist keine gute Idee, Leute. Da kann man wirklich valide Punkte bringen, die kann man jetzt nicht bringen. Und ich finde, dass die Eintracht mit ihm ja, eine solide Entscheidung getroffen hat. Das ist in beide Richtungen offen, finde ich. Ich will aber, dass die Leute ihm vielleicht wirklich, ich will, dass die Leute ihm die Zeit geben, weil ich glaube trotzdem, dass die Umstellung auf das Spielsystem und auf diese neue Variabilität im Sinne von, dass er trotzdem, ja, diesen Gedanken hat, ein bisschen progressiver zu spielen als Kovac vielleicht. Das wird dauern. Also das wird dauern, dass mit unserem Spielermaterial werden wir da vielleicht auch an Grenzen stoßen und er muss in der Saison nochmal umstellen. Das kann auch sein. Oder er hat einen Plan, zu sagen, erstes Jahr so, zweites Jahr so, drittes Jahr so. Das wissen wir alles nicht. Ich bin auf jeden Fall so, dass ich sage, okay, ich bin positiv noch. Ich finde, dadurch, durch diesen Pokalsieg hat die Eintracht sich bei mir alle Vorschusslorbeeren wieder erspielt, die sie haben, die kriegt sie auch. Man kann nach der Saison sich noch aufregen und wenn man, keine Ahnung, wenn wir natürlich in der Saison mitkriegen, der verliert sieben Spielen nacheinander, der ist echt unangenehm. Da kann man immer nach, aber ich finde, ich finde manche Stimmen, die irgendwie jetzt diese Sache schon schlecht reden, ich finde, dafür gibt es nicht genug Anzeichen, das will ich nur damit sagen. Obwohl ich vielleicht auch einer bin, der bevor was passiert rummeckert, aber die sehe ich jetzt nicht. Das kann gut gehen und ich will es abschließen und deswegen weiß ich gar nicht, ob wir in den nächsten Wochen überhaupt noch eine Folge machen, wenn nichts Krasses passiert. Diese Bewertung, eine seriöse Bewertung können wir, glaube ich, echt erst treffen vor den ersten Pflichtspielen und zu sagen, okay, das ist die Mannschaft, so und so ist die aufgestellt, der und der ist noch gegangen, der und der ist noch gekommen. Das ist die Art Fußball, die sich irgendwie andeutet und dann finde ich, dass man so gucken kann, wie die Saison dann startet, aber alles, was ich jetzt irgendwie sagen würde, wäre auch echt nur eine Vermutung. Also von daher, müssen wir arbeiten. Und ich möchte da nochmal explizit auf das Thema Pflicht oder auf den Punkt Pflichtspiel hinweisen. So ein Trainingsspiel von Offenburg ist kein Indiz dafür, ob es jetzt läuft oder nicht. Ja, genau. Sodass wir das auch wieder klar haben. Ja, genau. Dann habe ich hier noch zwei Eintracht-Themen auf der Liste stehen, bevor wir mal über die WM vielleicht noch kurz sprechen können. Es ist ein Zufall, dass zwei Wochen nachdem 3,90 eine Kooperation mit Tipico announced hat, die Eintracht mit einem anderen Wettanbieter ums Eck kommt. Herr Roth. Ja, der muss die Eintracht nachziehen, das ist ganz klar, aber hat nicht so einen Premium-Partner abgreifen können wie wir. Grüße. Ja, genau. Bei meine Freunde von Tipico. Genau. Heute ist Announcement ein Tipp, wenn wird Premium-Partner mit einem Vertrag Weiß man da irgendwas über eine Summe? 20, 21. Ich habe alle Artikel gelesen, die ich finden konnte. Da steht nirgends wo. Da steht nämlich gar nichts. Das habe ich nämlich auch nachgelesen. Ich wollte das nämlich mal vergleichen mit dem was die Bionszahl. Nein, aber ich hätte es allgemein interessiert, was so ein Premium-Partner so, also in was für Dimensionen sich das bewegt, ob die dann, keine Ahnung, in dem Zeitraum 500.000 zahlen oder drei Millionen. Also das hätte mich schon mal interessiert, aber gut. Ne, habe ich auch versucht rauszukriegen. Genau der Punkt hat mich auch interessiert, aber leider keine Zahlen genannt. Ich glaube, das ist auch Bestandteil von so einem Premium-Partner-Vertrag, dass öffentlich über Geld nicht gesprochen wird. Wer weiß. Ich habe jetzt aber einzelne Stimmen, ich bin ja so ein bisschen in dem Thema drin, einzelne Stimmen gehört, dass die Eintracht trotzdem für so eine Partnerschaft und für einen Wetteranbieter über Markt bezahlt wurde, weil das ein Anbieter ist, der wirklich nicht so groß ist und sich dann quasi dadurch krass platzieren will. Also die zahlen dann gerne mal, solche Anbieter wie Tippwind zahlen dann gerne mal ein bisschen mehr. Also das klang zumindest positiv, aber ansonsten weiß ich nicht, das wird nicht Saisonentscheidend sein, glaube ich. Genau. Also ich habe von dem Anbieter auch an sich noch nichts gehört. Ich habe dann auch durch den Beitrag erst erfahren, dass sie genauso auch Partnerschaftsverträge mit Hannover 96 und Leverkusen haben. Also ich bin mir nie aufgefallen vorher. Nee, mir auch nicht. Ja, aber tja, wenn da ein bisschen Geld bei uns hängt, das lohnt sich ja dann scheinbar. Das ist überhaupt nicht gemerkt. Ich jetzt nicht. Ja, und normalerweise so Tippspielanbieter kriegst du ja eigentlich relativ schnell mal irgendwie mit, weil die ja dann auch doch meistens so ein bisschen größer mit der Bandenwerbung oder so sind. Schauen wir mal, wie das dann auch abläuft. Was war die zweite Meldung? Ich möchte mit euch gerne nochmal über das neue Trikot oder die neuen Trikots sprechen. Was war denn so euer Eindruck gerade auch von der Präsentation des Heimtrikots, das neuen? Keiner sagt was. Ich hatte jetzt erwartet, dass Basti da drauf anspringt, aber... Ich habe extra gewartet, bis Marvin war zu, weil ich jetzt mich zu den Wetten und ich habe gedacht, so eine Reihenfolge geht. Ach so, ja. Die Sache ist die, ich finde es grundsätzlich ganz geil. Also ich muss sagen, ich mag die Idee zu sagen, wir gehen da hingehend vielleicht schon mit Identitäts- oder Identitäts- ja, wie soll ich sagen, mit Figuren, die einen gewissen Bezug zur Eintracht haben, nehmen wir die mit und machen da halt so eine Party, wie sie jetzt im Gipsen gemacht haben. Ja, also ich weiß, so realistisch kann man sagen, ich weiß nicht, ob man eine Trikotfeier machen muss, aber andererseits, hey, ist doch vielleicht ganz lustig gewesen. Leute haben es gefeiert, Leute sind hingegangen, hatten Spaß und du siehst dann halt ein paar Rapper, die eine große Bewandtnis zur Eintritt hatten oder haben, die groß selber Fans sind, selber auch in der Kurve stehen. Ich finde es eigentlich ein moderner, cooler Weg zu sagen, ja, Leute, dann lassen uns das mal ein bisschen aus der Mottenkiste holen und mal eine freshere Präsentation machen. Also ich finde es geil, muss ich ganz ehrlich sagen. Ob ich die Musik, ob ich selber großer Fan der Musik bin, ist doch vollkommen irrelevant, aber ich muss sagen, dass ich diese Art und Weise so eine Saison zu starten ganz geil finde. Ja, das fasst meine Meinung eigentlich ziemlich gut zusammen und ich habe sogar noch mehr Bezug zur Musik als Marvin, also ich gehe auch auf die Konzerte, ich kenne die so ein bisschen, die, also sowohl Schill und Amtli als auch Vega und Boska und ich muss sagen, deswegen durch diesen persönlichen Bezug habe ich natürlich krasser gefeiert als manch anderer. Ich kann auch Leute verstehen, denen das komplett gar nichts sagt. Also du kannst einen 50-Jährigen nicht damit hinterm Ofen hervorholen, wenn Vega das Trikot präsentiert, aber ich finde, was er macht, wir haben uns immer darüber beschwert, dass die Eintracht unprofessionell ist und merkwürdige Sachen macht und ich finde, das war, wenn man schon Kommerzialisierung, den können wir uns ja alle nicht erwehren, aber wenn schon, dann bitte so. Also das finde ich trotzdem, das ist so ein Mischweg, das ist ein Mischweg zu sagen, das ist Nike, präsentiert das in der Stadt, aber mit Leuten und ganz ehrlich, Leute, das ist auch mutig von Eintracht, das darf man gar nicht mal unterschätzen. Die Lieder, die da performt werden, da kommt schon so Sachen wie 1, 2 zu der ACAB und keine Ahnung, also das sind, die haben jetzt keine Ahnung, irgendwelche Blümchen, Hully Bulli Songs da vorgetragen, sondern das sind halt Songs, die so ein bisschen dieses Ruffe Frankfurt wiedergeben, auch teilweise überspitzt sogar, zu sagen, hier Mosel Egg und Drogen und ich hab die Packs gepusht und die Drogen im Wagen und sonst irgendwas. Ja, das, wie gesagt, das mag nicht jedem gefallen, das weiß ich, aber man kann trotzdem nicht verhellen, dass das in gewisser Weise zur Jugendkultur gehört in Frankfurt, das ist halt so, also das wird vielen Empörern nicht gefallen, aber dass die Eintracht das macht auf offizieller Bühne, wo auch Journalisten sind und das ist mutig trotzdem, zu sagen, okay, wir machen, weil Vega und ich glaub, Chile und Amt ja auch, das sind keine cleanen Typen, also das ist, du hast jetzt hier nicht irgendeinen Schlagersänger geholt, der irgendwie eine weiße West hat, sondern du hast die geholt. aber es hätte halt auch nicht gepasst, also für mich war das halt ein rundes Bild, es passt zum Verein, es passt zu der Stadt, es passt auch so ein Stück weit zu dieser ganzen Bruder-Story, es war halt so die konsequente Weiterführung des Ganzen und das fand ich gut, aber es ist, wie du schon sagst, definitiv ein mutiger Schritt, man hätte natürlich das ganze Thema dann auch irgendwie negativ in der Luft der Presse zerreißen können. Ja, aber ganz ehrlich, ja, das kann man machen und es gibt immer die Leute, die das dann gerne machen, ich glaube aber, dass auch, sag ich mal, Vertreter der Medien das gerne annehmen, dass der moderne, fortschrittliche Weg beschritten wird und es dann auch dementsprechend ein bisschen positiv abfangen. Es kommt ja auch immer drauf an, vielleicht musst du das ja auch als Medienvertreter gar nicht großartig abbilden, im Endeffekt wurde halt ein Trikot veröffentlicht oder rausgebracht, das ist ja jetzt nicht so, als hätten wir jetzt einen großartigen Spieler verpflichtet, aber für die Fans, für die Community an sich, es wurden Karten verlost und so weiter und so fort, für Leute, die teilnehmen wollen, das ist ein Gefühl und dann bekommst du halt auch jemanden, der einen echten Bezug zu Frankfurt und einen Bezug zu Eintracht hat und das ist auch geil und ich finde genau das ist der Weg, das ist im Endeffekt sowas wie Influencer-Marketing, ja, im Endeffekt ist das, was die Eintracht gemacht hat, die hat einen Influencer, die hat zwar Influencer geholt, auch wenn ich diesen Namen Influencer ja per se schlimm finde, aber es ist ja das Moderne im Endeffekt, es ist ja so, dass du sagst, ja okay, das ist eine Person, die können wir mit der Marke Eintracht in der Stadt Frankfurt in Verbindung bringen, den nehmen wir uns, weil er uns positiv gegenüberstellt und wir haben hier Synergien geschaffen, und dann gibt es aber dann bestimmt auch den einen oder anderen 14-jährigen Rap-Hip-Hop-Freund, der vielleicht seinen Fußballverein davon noch nicht gefunden hat, aber, oder vielleicht aus einer anderen Ecke kommt oder so, aber dann merkt, oh geil, so hier, wenn Vega auch Fan ist und ich mag seine Texte, finde es geil, da gucke ich halt doch mal bei der Eintracht rein, auch diese Komponente gehört einfach dazu, ich finde, das ist der smartest mögliche Weg und auch ein Weg, der nicht aufoktroyiert klingt oder sich nicht so aussieht, sondern noch irgendwie eine natürliche Genese hat, das muss man halt meinen dafür halt beibehalten, dann finde ich das eine richtig geile Angelegenheit. Finde ich auch. Und das Trikot so an sich, wie gefällt es euch? Das Schwarze finde ich geil, das Weiße juckt mich nicht. Das Weiße fand ich auch so ein bisschen, so ein bisschen steril. Ja. Ich finde beide geil, ich finde, dass das nur Weiße ist ohne großen Schnörkel, finde ich, hat auch was. Also es sieht geil aus, werde es mir aber nicht kaufen, weil die letzten zwei Trikots, die ich hier hängen habe, sind auch schon weiß vom Pokalfinals. Ich werde mir das Schwarz holen. Ja, da war ich auch kurz am Zucken, wobei ich auch sagen muss, der Preis ist natürlich halt auch wieder Premium. Gut, aber das ist eine Diskussion, die können wir nicht mit einfach kommen. die brauchen wir nicht zu führen. Die muss man allgemein über Trikots führen, weil das ist, ja, das ist, für Mitglieder kosten die, glaube ich, 70 Euro. Das ist schon happig. Aber gut, es gibt ja auch Möglichkeiten, sich Prozente zu besorgen. Grüße. Nein, aber das Schwarze werde ich mir auf jeden Fall kaufen, das ist ein geiles Trikot, das sieht auch geil aus. Das ist nicht so, das würde ich auch auf der Gast, gut, mache ich eh die ganze Zeit, aber das ist, das sieht fett aus. Also ich finde, das sieht richtig gut aus, das Schwarze Trikot. Und ja, was ich noch kurz zu dem, was der Marvin gesagt hat, dass man diese Leute mit dem Spoto, das finde ich auch geil, weil ich habe ja, so bin ich ja was, so bin ich ja eigentlich bei euch in der Sendung gelandet. Ich habe ja damals mit einer Agentur, für die ich tätig war, haben wir ja diesen Trikot-Spot gemacht zu dem Träumen schwarz und rot damals mit Schuhe und Dings, wo ich dann zum ersten Mal wo ich in der Sendung war und da haben wir nämlich damals schon in Eintracht so ein Konzept vorgelegt zu sagen, dass man irgendwie Trikotstür und Abdi überreicht und so. Und damals, Leute, kann ich euch sagen, haben die uns aus dem Büro ausgeschmissen und gesagt, hier, das können die vergessen. Also muss man auch sagen, dass da auch eine Entwicklung stattgefunden hat, sich wirklich so was zu öffnen, was vorher vielleicht für die Verantwortlichen ein bisschen schmuddelig war. Aber wieder mal, wenn es gesagt hat, solche Sachen hallen sich 14-Jährige tatsächlich an. Also die bewundern Schäle und Abdi und das sind für die Helden und wieder mal, wenn es gesagt hat, du holst vielleicht sogar damit eine Community rein, die vielleicht vorher gar nicht so krass auf dieser Eintracht-Schiene war, wie es halt vielleicht Fans von Vega und Bosca sind, die sowieso aus dieser Ultraszene kommen. Aber wenn du mit Abdi und Tri und Abdi, die sind auch deutschlandweit ziemlich bekannt eigentlich, da holst du vielleicht wirklich so, ja, Leute mit rein, ja, die vielleicht vorher mit Eintracht nichts zu tun hatten. Ich finde, wie gesagt, wir haben jetzt alles dazu gesagt, ich wollte nur auch da der Eintracht auf die Schulter klopfen, dass da eine Weiterentwicklung stattgefunden hat. Und, ja, wie gesagt, das schwarze Trikot kaufe ich auf jeden Fall. Das ist, finde ich, sehr, sehr hübsch. Ich weiß nur noch nicht, man kann es jetzt vorbestellen, das finde ich ein bisschen unglücklich. Ich weiß natürlich, ich werde mir einen Teufel tun, mir das jetzt schon zu kaufen, weil ich ja gar nicht weiß, was für einen Namen ich mir da hinten drauf machen könnte. Also ich wüsste schon, welchen ich nehmen würde, aber der wird wahrscheinlich nicht mehr da sein. Grüße, Ante. Ja. Wäre ja quasi jetzt dann die perfekte Überleitung zu dem Thema WM, wo wir vielleicht nochmal kurz drüber reden wollen. Wie gefällt euch denn die WM bis jetzt so, in Summe? Ja, ich finde es ganz nett. Also, ich muss sagen, ich habe leider schon einige Gurkenspiele erlebt und dafür einige richtige, potenzielle, geile Matches, wofür ich dann nicht gehört habe, dass die richtig gut waren, nicht gesehen, weil ich irgendwie verhindert war oder sonst irgendwas gemacht habe. Aber ich muss sagen, grundsätzlich finde ich, ist es eine WM, die mir zumindest besser gefällt als die letzte EM. auf jeden Fall. Ich finde, es sind mehr schöne Spiele dabei. Ich kann das jetzt auf eine emotional relaxende Art und Weise auch genießen. Muss auch sagen, ich drücke jetzt den Engländern die Daumen, weil irgendwie würde ich das ziemlich geil finden, wenn da irgendwas geht. Und ansonsten, nee, also mir gefällt es grundsätzlich ganz gut. That's what I can say. Ja, da gehe ich mit. Also, die unterhaltet mich mehr, überrascht mich, dass es mich mehr unterhält, als ich dachte. Ich habe gedacht, ach, das ist mir völlig egal. Das deutsche Aus haben wir ja hier auch schon besprochen. Brauchen wir nicht darauf eingehen. Ich finde, da gibt es einige, trotzdem einige schöne Spiele, einige Geschichten. Also, es ist mehr passiert, als ich dachte. 2016 hat der Marvin angesprochen, das ist vor sich hingeplätschert, das war mir völlig egal. Das ist jetzt was, wo du hast schon ein paar Storys gehabt. Du hast ein gutes Spiel gehabt mit Spanien gegen Dings, 3-3. Du hast die Story mit England. Ich kann mir alleine diese Videos aus dieser HQ-Sportsbar, glaube ich, 3000 Mal anschauen. Wenn dort Tore fallen, wie die da die Bierbecher in die Luft schmeißen, das irgendwie rührt mich das. Deswegen bin ich da auch Team Marvin. Ich hätte kein Problem damit, auch wenn der Axel mich wahrscheinlich jetzt dafür schlägt, wenn England Weltmeister wird. Ich würde sogar hart feiern. Aber nicht so hart, wie ich es feiern würde, wenn Kroatien Weltmeister werden würde. Das ist mein Team, was mich emotional mit reingezogen hat, dadurch, dass ich die ganze Zeit mit Kroaten schaue und mein Ribbit-Trikot trage. Weil das ja auch so eine Verbindung ist. Also, du hast diese Verbindung, Eintracht, Kroatien, das ist halt einfach da und das merkst du auch in der Stadt irgendwie. Ich habe mir so ein bisschen so einen kleinen WM-Tourismus angewöhnt, zu sagen, okay, ich gucke jetzt Spiele, keine Ahnung, mein Kolumbien-Spiel gucke ich in der kolumbianischen Bar, um so ein bisschen aufzugreifen, Kroatien spielen in der kroatischen, englische Spiele in den Irish Pubs. Das ist ganz geil, weil da immer irgendwie ein bisschen was los ist. Und Grüße an den Chris, auch ein Hörer unserer Sendung, mit dem war ich dann auch das Kroatien-Spiel gucken, dann sind wir danach in die Stadt gelaufen. Ja, die ganze Konsti war voll. Also, du hast es irgendwie wirklich gesehen und da waren auch viele Eintracht-Trikots dabei. es waren nicht nur Kroaten, sondern da waren auch viele, die sich irgendwie, Kroatien ist für mich die Eintracht der WM. Also, mit denen fieber ich so ein bisschen mit. Und alleine deswegen, also, ich habe jetzt mittlerweile mehr Bock als ich dachte, meine Güte, dann verabrede ich, dann kommen wir gehen das Spiel da gucken. Das Wetter ist natürlich auch geil, dass du viel draußen gucken kannst. Also, ich muss sagen, die WM bis jetzt finde ich es einigermaßen okay. Du hast auch Aufreger wie mit Neymar, wo du denkst, was ist mit diesem Typ falsch? Und ansonsten, also, ich kann mich nicht beschweren, auch, mir kann auch nichts passieren. Wenn Kroatien jetzt ausschaltet, werde ich nicht heulen, dann bin ich halt traurig, aber es ist eigentlich für den Sommer, für dieses Wetter gerade perfekt. Ja, ich fand es so ein bisschen schade, heute keinen Fußball gucken zu können, weil ich es ja jetzt doch die letzten Tage wirklich genossen habe. Man ist halt angefixt, weil du hast auch Strukturen zu gucken und wo man halt, wie Marvin schon sagte, emotional jetzt nicht so tief drin ist und wo man sich auch einfach gut für Mannschaften freuen kann und sich ärgern kann über manch einen und dann sind so ein paar Gurkenspiele dabei, wo du denkst von wegen, naja, das ist jetzt auch eher langweilig, aber trotzdem guckst du es nachher irgendwie 90 Minuten, ist auch immer irgendwie total faszinierend. Außer gestern beim Spiel England, da bin ich dann doch früher ins Bett, das war vielleicht dann noch eine blöde Entscheidung, aber gut. Aber so richtig am Durchmarch ist da jetzt halt auch keiner so wirklich, also es kann jetzt schon noch einiges passieren. Ja, eben, also eigentlich geht es ja auch jetzt erst los. Ja. Also ich würde mich emotional am meisten wahrscheinlich für Kroatien freuen, wenn die am Ende da irgendwie auf dem Ding stehen, aber ich halte es für am wahrscheinlichsten, dass es dann irgendwie Belgien oder England werden. Die anderen fallen noch so ein bisschen. Ich finde es gar nicht, ich glaube, ich befürchte, dass es Brasilien oder Frankreich werden. Ja, genau. Genau die beiden will ich halt einfach nicht. Ja, ich will die auch nicht, aber das ist ja passiert, dass es passiert. Also realistisch. Also für Belgien, England und Kroatien, ich würde mich für jeden Einzelnen freuen. Ja, gut, ich meine, Belgien oder nicht Belgien wird sich ja jetzt schon am Freitag zeigen, wenn sie gegen Brasilien ran müssen. Tatsächlich, das könnte ein Statement sein. Ja, also wenn sie da durchkommen, dann haben sie, glaube ich, ganz gute Chancen dafür. das ist jetzt, der Freitag ist so der Tag der großen Favoriten. Ich werde auf jeden Fall Samstag 20 Uhr wieder im S9 sein, in der Nähe vom Eisern Steg. Wer Bock hat, komm vorbei, da gehst du richtig vorwärts und wenn man ein Kreuzchen gewinnt, kriegt man danach viel gratis schnapps. Grüße. Ach, deswegen gehst du da hin? Ja. Okay. Gut, dann würde ich sagen, haben wir es dann doch mit mehr Länge, als ich erwartet hätte, über die Runden geschafft. Wir haben jetzt noch kein regelmäßiges Programm mehr oder wir wissen noch nicht, ob wir ein regelmäßiges Programm sagen, war es mal so. Also es könnte sein, dass wir die nächste Woche spontan irgendwie Lust haben und was machen. Es könnte aber auch sein, dass wir die nächste Woche nochmal aussetzen und dann erst übernächste Woche wieder irgendwas machen. Von daher haltet euch da noch nicht so sehr dran fest, liebe Hörerinnen und Hörer. Aber wir nehmen auf jeden Fall jetzt wieder so ein bisschen mehr Fahrt auf, weil Vorbereitung und so weiter. Aber mal gucken, was da jetzt einfach passiert. Ich möchte auf jeden Fall nochmal Danke sagen für die ganze Unterstützung, vor allen Dingen in Form von Spenden, die jetzt im letzten Monat, wo wir jetzt nicht wirklich viel oder eigentlich gar nichts großartig gemacht haben, da reingekommen sind. Es hat mich mega gefreut und den Rest auch, denke ich. Von daher vielen, vielen Dank. Und wer es noch nicht getan hat, möchte ich an dieser Stelle nochmal unsere Saisonabschlussfolge mit Henni Nachtsheim als Spezialgast empfehlen. Die ist noch nicht so oft gehört worden wie manch andere Folge. Also ein paar von euch haben da noch Nachholbedarf und kann man sich auch, glaube ich, gut zwei- oder dreimal anhören. Ja, dann würde ich sagen, machen wir den Sack zu. Wir wünschen euch eine schöne Restwoche, ein schönes WM-Wochenende. Grüßt den Basti, wenn ihr am Samstag im S9 seid und dann hören wir uns in einer der nächsten Wochen in gewohnter Art und Weise wieder. Bis dahin, macht's gut. dass Sie Madonna macht's good, nee, hey, hey, hey! Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.